Wie geht's? Wie steht's? Ähm, Ilias, mach ich die Lobby oder du? Das entscheide ich jetzt ganz do. Hallo Leute, ich hab dich weggefangen gehalten. Holt mich hier raus. Nö. Dann halt nicht. Du bleibst jetzt hier gefangen. Alter, ähm, warte mal. Ja. Also, Leute, es tut mir leid, aber irgendwie muss ich den Sound doch noch mal ändern. Mann. Das Spiel ist bei mir saulaut. Junge. Dann musst du nicht meine Stimme hören, das ist doch gut. Dann kann ich rumschreien. Nein, ne? Also, ich hab jetzt das Spiel zwar leiser gemacht, ne? Aber das Ding ist halt, das ist jetzt doof. Weil? Warte mal. Nee, dann mach ich, ähm, warte mal. Rede mal. Ja, hi. Ähm, ich hoffe, du übersteuerst, ne? Theoretischerweise dürfte es jetzt gehen. Ich hab das Spiel genauso laut gelassen, damit die Leute das halt auch hören. Und habe jetzt, ähm, dich allerdings für mich auch lauter gemacht. Und der Discord hat, äh, OBS hat leiser. So, weißt du? Weil, alter. Und mein Headset hab ich halt leiser gedreht an der Seite. Sagt dein Bot irgendwann Bescheid, dass du live bist auf Discord? Äh, ja. Der, der sagt, ähm, aber ein bisschen verspätet Bescheid, weil er ein Keg ist. Also, das ist wirklich, ähm, eigentlich müsste ich ihn Kegbot 3000 oder so nennen. Du hast ihn schon Kelvin genannt, das reicht. Ja, das ist wahr. Ich hoffe, es geht so vom Sound her. Wenn nicht, einfach mal sagen. Hallo Kyo, hallo Nani. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Also, deine Stimme klingt besser, ihr ist ein wenig leise und das Game passt so. Okay. Ich trinke. Wenn das passt, dann passt das. Ich hab einen Raum aufgemacht, ne? Kannst du dazu joinen. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Leute dazu, ansonsten, ähm, wird es eins gegen eins, ne? ist Bescheid. Ah, wie cool. Ich hab dich nicht in der Freundesliste. Das ist ja nett. Ilias. Was? Hä? Du siehst mein Chat, oder? Ja. Ja, ist mein FC. Dankeschön. Bisschen. Warum hab ich dich... Hä? I don't get it. Das, das, das ist, das, das ist jetzt traurig. Also, also Nani, ich glaub, da führt kein, äh, Weg dran vorbei. Ich glaub, das, äh, das lässt sich nicht vermeiden. Also, meine Theorie... Babypark, beste Strecke? Meine, meine, meine Theorie ist, weil es gibt ja jetzt die Möglichkeit, über den Raum, äh, über die Raum-ID dazu zu kommen. Du musst nicht mit jedem befreund sein. Ich hab ein paar Leute rausgelöscht. Eventuell hab ich das aus Versehen gemacht. Das war aber dann wirklich ein Versehen. Na, ich mag's aber mit Raum-ID nicht so sonderlich, weil das, äh, erlaubt es, The Troids besser dazu zu kommen. Das ist es halt. Naja, außer du lässt es aus. Ja, nee, deswegen mach ich immer mit Freundesliste. Ich seh das jetzt als Beleidigung, dass du mich gelöscht hast, ne? Ich spieg, ich hab extra dafür gesorgt, dass ich jetzt mit dir heute Mario Kart mache. Ich hab mich daran gehalten, dass ich nicht streamen kann, okay? Also sei ruhig. Ja, auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Ja, Leute, Ilias kann heute leider nicht, äh, streamen. Generell kann ich im Moment nicht streamen, außer ich bin so just chatting. Ja. Siehst du, jetzt hat mein Bot endlich was gepostet. Ja, ist doch gut. Er ist ein bisschen langsam, tut mir leid. Das ist Calvin. Calvin ist halt langsam, okay? Bitte hetzt Calvin nicht. Ja, alles gut. Hm. Aber das ist kein offiziell Discord-Bot, das ist ja einer von dir, oder? Es ist der Miesix-Bot. Achso, oh. Ja. Ja, gut. Ich hab das Abo bei Miesix, sonst könnte ich, äh, keine Benachrichtigungen aktivieren, von irgendwas. Und, ähm, da ist halt mit integriert, dass du den benennen kannst, wie du möchtest. Und ihm auch in ein, äh, Profilbild geben kannst. Der war damals, ähm, äh, ähm, der war damals, äh, Paimon. Ah. Ich bin auch am überlegen, die wieder Paimon zu nennen, beziehungsweise nicht Paimon, sondern, sondern Painmon. Ich bin am überlegen, den Painmon zu nennen. Wenn ihr mich beide dabei haben wollt, oder in so einer Stunde. Besonders sehen. Ja, alles gut. Q, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das ist Open End, sag ich mal. Oder? Schon so, ne? Oh mein Gott, Leute. Seht ihr das? Ach, du heilige, mein Ansatz. Oh mein Gott. Muss wieder nachfärben. Das war das, das... Oh Gott, sieht das schlimm aus. Okay, let's go. Ja, dann erstmal nur Runden zu zweit, ne? Ja. Ich mach vier Teams, äh, mit Computer. Ich mach... Vier Teams? Ja, vier, vier Rennen. Sorry. Ich mach Computer normal, alle Fahrzeuge Standard, also, ja. Mach das, was du willst. Ich bin heute... Ich bin heute für die Therapiesitzung da. Also, Aki, was ist los? Wo drückt der Schuh? Wo drückt der Schuh? Ja, genau. Also, wenn du schon so fragst, drückt der Schuh, wenn wir kein fettes Spielpark kriegen. Ich nehm die neuen Strecken, die da sind. Da sind ja jetzt noch die letzten rausgekommen. Weiß ich, hast du die schon gespielt? Ach nee, du hast ja gar nicht den... Du hast ja das DLC gar nicht. Ich hab die schon gespielt. Ich hab die bei Kiesa am Stream mitgespielt. Ah. Schade, da bin ich gern dabei gewesen. Ich hab letztes Kiesa geradet und dann bin ich hinterher bei Kiesa am Voice gewesen und hab da mitgestreamt. Ja, stimmt. Also, mitgespielt. Ja, guck mal, Babypark, Mensch. Wo kommt die Schrecke dann her? Wenn der Disaster das mitbekommt, dann kommt der gleich rein und sagt, ja, aber ich muss die jetzt auch auswählen. Oh, jetzt lädt das wieder lange. Scheiße. Das tut mir jetzt schon mal leid. Hat Disaster, hat Disaster keine Zeit? Disaster, bist du da? Spiel mit. Ich hab ihm geschrieben. Sonst schreibst du ihm, du kommst jetzt dazu, los. Ich schreib dir in Disaster. Elias Mob mit Babypark los. Dann wird er dazukommen. Den hab ich gestern schon erlebt. Der hat mich gestern schon gemobbt. Oh, Mensch, guck mal, du bist Erster, ne? Viel Spaß mit der Roten. Alter, wer war das? Welcher Dreckspot war das? Ich frau's nicht. Alter, bei mir lag meine Switch minimal. Du willst mir sagen, du hast als Dritter einen Stern, was? Ja. Ich hatte einen Stern als Dritter. Fuck, die Cheater wieder unterwegs hier. Ja, Mann. Aua! Warum bin ich auch immer so schlecht? Mann, ey. Au. Diese Bots sind unsozial. Ich sag, wie es ist. Alter, ich bin Siebter. Wir spielen gegen Bots. Tja, was soll ich sagen? Alter, wie schlecht bin ich denn? Wir spielen gegen Bots, Digga. Ich hatte einen goldenen Pilz. Willst du mich natzen? Oh, mein Gott. Nee. Nein, nein. Mein Gott, I don't... Die Sexte nicht schlecht. Die Sexte nicht schlecht. Mann. Alter. Das war ja unsozial. Wir spielen gegen Bots. Ich schreib mal Disaster an. Ja, wenn du einen neuen Strecken gespielt hast, dann kann ich ja frei aussuchen. Na komm, ich mach random. Ich bin heute kurz raus. Weißt du, ich will Freundschaften brennen sehen. Ey, ich mag die Strecke, okay? Die Strecke ist auch richtig toll. Ja. Wieder meine Strecke. Nice. Ey, Alter, ich bin die in dem Stream, als ich die ganzen Strecken, die 900 gefahren bin, bin ich die auf 200 gefahren, weil Flausch meinte, fahr die zuerst auf 200. Dieses Tempo, was ich da hingelegt habe, das hat sich angefühlt, als würde ich fliegen. Auf 200? Okay, weißt du was? Das war so wild, ey. Ist das nicht sogar die... Doch, ja, das ist die von der Wii, oder? Ja, das ist die Wii Rainbow Road. Deswegen kam die mir so bekannt vor, weil ich hab Mario Kart bisher nur Mario Kart Wii gespielt. Und halt das hier. Ja, das ist die Wii Rainbow Road. Ich muss sagen, auf 200 ist das nochmal ein anderes Kaliber. Das ist richtig geil zu fahren. Das ist eine der besten Rainbow Roads, finde ich. Ja, definitiv. Auch wenn ich gerade alles verkacke, aber naja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warum, wie kann ich so scheiße fahren? Das, oh mein Digger. Also, das könnte schlimmer sein. Wie hab ich den Führerschein geschafft? Ich kann's dir nicht sagen. Ich mir auch nicht. Ich kann mir das auch nicht sagen. Ich hab immer noch das Gefühl... Wehe, nein! Oh mein Gott! Ich hab immer noch das Gefühl, du bist ein bisschen leise und das Spiel ist ein bisschen laut. Ja. Kann ich gleich nochmal ändern. Oder? Geht das, Leute? Geht das, oder? Kannst du das denn gleich selber mal nachgucken? Junge, Alter, ich hab auf dem vierten schon wieder einen Stern bekommen. Gebe alles daran. Nee, nee! Warum ist denn jetzt einer hinter mir mit einem hässigen Stern? Alter, lass mich in Ruhe! Wer... Oh mein Gott, der verfolgt mich! Los, verfolge Aki weiter! Los! Oh mein Gott, eine Rakete ist hinter mir. Nee, 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 nee! Nein! Ich bin grad runtergefallen. Wir reden nicht darüber. Ja, und da wurde gerade... Du machst das ganz toll, ich glaub an dich. Da wurde gerade auch, äh, Eiskalt angezeigt, Richtungswechsel. Ähm... Oh, fuck. Oh mein Gott. Ey, ich kann nicht mehr. Aki, nicht traurig sein. Eine Runde hast du noch. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, I can't. Boah, ich hab jetzt Metal Mario für dich abgeschossen. Jetzt gib Gas. Danke. Bin zweiter gerade. Ja, sehr gut. Sehr glücklich drüber. Bin sehr stolz auf mich, okay? Ja, jetzt musst du aber ins Ziel fahren. Desaster hat geantwortet. Oh Gott. Ich kann's aber nicht lesen. Der hat ja geantwortet, aber mir nicht. Das merke ich mir. Ich kann's gerade nicht lesen. Ich kämpfe ja gerade um mein Leben, Alter. Bist du eigentlich Erster, ja, ne? Nein. Nee? Ja, ich bin Erster. Ich wollte es gerade sagen, Digga. Wie du einfach so gesagt hast. Okay. Ey, ich wollte es gerade sagen. Das wäre so weird, wenn dieser Bot einfach so derbe weit vorne wäre, ne? Ich bin zweiter. Ich bin glücklich auf mich. Ich bin sehr stolz, okay? Ich bin sehr happy darüber. Was hat Desaster geschrieben? Äh, er ist zu fertig von gestern. Boah, dieser Arsch. Oh Mann, ey. Ich hatte Hoffnung. Wirklich Hoffnung. Okay. Ich mach dich jetzt einfach nochmal minimal lauter. Okay, dann machen sie dies. Da spreche ich extra leiser. Du Kek. Boah, ich nehm eine meiner Lieblingsstrecken. Ich hab so lange darauf gewartet, bis die dazu kommt, ne? Ich mag diesen Berg, wie er uns wütend anguckt. Ich lieb diese Strecke generell. Alter, es kann nicht sein, dass jetzt nur deine Strecke kommt. Okay. Es kommen einfach nur meine Strecken, ey. Ich suche gleich was aus. Und dann kommt wieder meine Strecke. Nehm ich nochmal Babypack. Ich suche gleich irgendwas aus und dann... Teste ich Mario Kart aus. Ob das dann darauf hört oder nicht. Hallo, Jan. Hallo, Jan. Willst du mitspielen? Hallo, Jan. Hallo, Jan. Kein Hallo zurück. Au! Oh, ich wurde vom Berg abgeschossen. Hahaha. Ich wurde überholt. Sicher, dass es der Berg war und nicht meine rote? Ja, ich wurde vor dem Berg abgeschossen. Das meine ich. Ach so. Ja, von der roten. Das war meine rote. Das war knapp mit der Bananen. Das habe ich gesehen. Das war knapp mit der Bananen. Mein Ziel, irgendwann erster werden und Ilias überholen. Ja, friss. Bye, bye. Nein! Oh mein Gott, du Sack! Oh mein Gott! Wie unsozial! Mann! Das war Instant Karma. Ja, aber richtig. Also, sorry, weil du das schon so antiehst. Also, was erwartest du? Ich habe immer einen Ass in den Ärmel. Okay, das darfst du nicht vergessen. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Ja, ich weiß, dass man die nicht so wirklich sieht, leider. Man sieht ja, was ich vorher auswähle, aber in dem Auswahlding sieht man halt nicht, was ich ausgewählt habe. Das ist total dumm. Ich werde meine Cam mal minimal nach unten knallen. Ilias, guck mal, was da kommt! Was denn? Oha! Mann! I'm horny. Jen! Hi! Willst du mitspielen? Jen ist ho... Ja, das ist ho... Hi, Jen! Nein, ich bin runtergefallen! Ja! Ja! Bleib ruhig unten! Ich werde hier erst sein! Ich sage, wie es ist! Nie mit dieser Strecke! Und da seht ihr, dass Aki eine dominante Seite hat. Diese Strecke war damals meine Lieblingsstrecke, also bitte. Hier! Bombenstimmung! Ha! Ja, wow, die Bombe ist genau vor mir explodiert. Mist! Ich habe sie gar nicht erwischt. Mist! Ich hatte Hoffnung. Ja, freu dich nicht so früh. Oh, da kommt ein Blauer! Nein! 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 Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, du überholst mich nicht! Nein! Ah! Mann! Oh mein Gott! Ich bin da sicher! Aua! Immer wenn ich erster bin, kriege ich alles ab! Alter, geh weg! Nein! Da! Oh mein Gott! Oh mein... Nein! Ich bin... Ich bin leider ein bisschen falsch geslidet hier. Gnerf! Oh mein Gott! Nein! 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 Oh Scheiße! Nein! 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 Fuck! Mann! Mann! So knapp! So knapp! Mist! Oh! Okay, Jan. Aber wir sind generell, ähm... Sehr lange noch live. Also du, du, du kannst, äh... Trotzdem immer gerne dazukommen. Wir sind gerade nur zu zweit, leider. Ja. Ich, ich nehm dir jetzt... Eiskert nochmal, ne? Alter, dass du das... Das wird jetzt... Ich teste jetzt mal was aus. Ich teste jetzt mal was aus. Mein Stresspegel verkraftet aktuell kein Mario Kart, aber ich schau euch gerne zu, wie ihr euch an sollst. Ja, lieber... Wollt ihr mich verarschen? Okay. Okay, Jan. Have fun dabei, uns da zu schauen. Wie wird es uns... Das hat... Das hat wirklich funktioniert. Ich kann's nicht glauben. Oh mein Gott! Alter! Yay! Baby Park! Es wurden die ganze Zeit noch meine Strecken genutzt, ne? Jetzt kommt's, wenn... Wenn Ilias Baby Park auswählt, Ilias Strecke. Super! Oh mein Gott, I can't. Das war nicht Teil des Plans, aber okay. I take it. Das war sehr wohl dein Plan. Ich hab Mario Kart ausgetestet. Das ist alles, was ich gemacht hab. Oh, ich hab also Johnny abgeschossen. Ich hab dich abgeschossen. Hi! Bye! 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 Das funktioniert nicht, Aki. Das weißt du. Das funktioniert auch nicht. Alter, die haben Sterne. Ohohohohoho! Hahaha! Die haben alles Sterne, ey. Oh mein Gott. Alter. Was ist dieser Affe hinter mir? Ey, Mario... Ey, 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 ey! Ey! Was? Was willst du mit Affe, Alter? Ich geb dir gleich Affe! Du spielst Donkey Kong! Ich geb dir gleich Affe! Donkey Kong ist ein Affe, okay? Ich weiß! Ich hab Donkey Kong gemeint. Alter, wie, als ob... Du hast mich schon überrundet? Nein. Ich bin... Ich hab dich überrundet. Bist du Erster? Ja. Dann hast du mich überrundet. Ich hab dich gerade mit einer Roten abgeschossen, oder nicht? Nein. Ah, dachte. Dachte, das wär meine Rote gewesen. Nevermind. Mann! Mein Ziel ist es definitiv, Ilias zu überholen. Also ich bin jetzt im Ziel. Shit. Ich hab dich nicht überrundet. Shit. Ja, ich jetzt auch. Ich bin Zweiter. Mann! Ich dachte, ich hätte dich mit der Roten abgeschossen und dann hab ich den halt überholt. Ich dachte, das wärst du gewesen. Das wär lustig gewesen. Überrunden ist in dieser Runde aber auch nicht wirklich schwer. Also auf dieser Strecke. Ja, aber Glückwunsch zu Platz 2, Aki. Ja, juhu. Hast gut gespielt. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Oh mein Gott, Alter. Oh, geh weg mit deiner hessischen Krone. Okay. Ähm. Ich glaub, grad will noch niemand mit dabei sein. Alles gut. Ilyas, ich hab ne ganz verrückte Idee. Ich bin gespannt. Für rund Mario Kart, äh, Mario Kart, vier rund Baby Park. Nur Bomben und Sterne. Äh, nur Sterne und hier, ähm, Raketen. Mach, was du willst. Ich lass mich ja heute auf alles ein. Warte, warte, warte. Individuell. Nein! Oh. Ah, doch. Ja, okay, never mind. Digga. Auf geht's. Obwohl, was nehmen wir denn? Was ist denn das Lustigste? Ich hab das noch nie gemacht. Ja, dann wird's Zeit, dass du das machst. Wie gesagt, ich, ich bin für alles offen. Ich mach jeden Scheiß mit. Von daher. Tu, tu, tu das, was du für richtig hältst. Du schaffst das schon, Aki. You suck. Ey, 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 Jen. Ich, das hab ich gehört mit dem You suck. Baby Park, was hab ich auch erwartet. Ja, ja. Ah, gut. Okay. Will Baby Park aus? Das ist ihre Ausrede dafür, damit sie Baby Park spielen kann. Ja, ja. Ja. Das ist meine Ausrede dafür. Ah, gut. Nächste Renn, erste Platz, let's go. Ja, Mann. Auf geht's, erste Platz. Jan gegen Jens. Ja, Mann. Das kann ja jetzt was werden, ey. Das wird jetzt richtig lustig. Das wird richtig toll. Ja, wuhu. Wir spielen diese Scheißstrecke hier mehrfach. Viermal. Es sind nur vier. Na, tschüss. Tschüss. Okay, die roten waren Fehler. Ja, die roten waren Fehler. Die roten waren definitiv ein Fehler. Die bringen ja gar nichts, Digga. Ich sehe ein Karussell voller Raketen hier gerade. Ey. Echt so. Digga, warum habe ich denn schon wieder roten bekommen? Mein Gott. Ich krieg nur rote. Willst du mich verarschen? Ich krieg nur rote. Oh mein Gott. Eins auf. Ja, ein Stern. Nein, schon wieder rote. Oh mein Gott. Alter, eins auf. Oh mein Gott. Boah, ich muss vor 10. Das ist doch nur jünglich. Warum bin ich 8 da? Warum bin ich 6 da? Boah, 6 da. Glückwunsch. Halt's Maul. Halt's Maul. Die roten, die roten waren ein verdammter Fehler. Ein riesiger Fehler. Ich habe nur rote bekommen, Alter. Während alle anderen so, oh ja, ich habe eine Rakete. Ich habe noch eine Rakete. Ich habe noch eine Rakete. Mann. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Los, wir babypacken. Na los. Gottes Willen. Das wird richtig Chaos. Das wird das. Ja, ja. Aber Nani auch zurecht, weil man bedenkt, was sie da aussucht. Die roten waren ein Fehler. Ilias? Ja? Kauf dir besseres Internet. Was? Kauf dir besseres Internet, Alter. Oder ist das mein Internet? Eigentlich nicht. Ja, eine Rakete. Und ein Stern. Yes. Ja, Nani, das ist der Nachteil davon, wenn man nett ist, so wie ich. Da lässt man alle Leute mit einem durchkommen. Aber was habe ich erwartet? Ich habe eine Rakete. Nein! Nein! Verdammt! Oh mein Gott, diese hessige Rakete hat mir mein Paket geklaut. Ein Paket? Ja, andere nennen das hier Geschenke. Ich nenne das irgendwie Paket. Keine Ahnung. Die Items? Ach so, die Items meinst du. Ja, sorry. Dann nenne ich das halt Items. Ist mir doch egal. Wichtig ist, man weiß, was ich meine. Also bitte. Ja, alles gut. Wieder Zweiter. Naja, was heißt denn wieder Zweiter? Ich bin jetzt endlich mal Zweiter. Ach, du teilst dir Platz zwei mit Roy. Das ist auch schön. Du darfst kuscheln. Oh, nee, Digga, Roy, geh weg. Ich mag dich nicht. Was hat Roy dir getan? Keine Ahnung. Mag ich nicht. Na los, Idias. Der Babypark. Na los. Do what? Item. Item. Ich habe nicht alles. Leute, ich werde übrigens heute dazu gezwungen, zu der ganzen Sache, inklusive Babypark. Ja. Weißt du, jetzt wo ich einen kaputten PC habe, kann ich nicht mehr sagen, nee, ich muss das also hinnehmen, wie es ist. Aber das ist okay. Ich freue mich schon, wenn wir wieder Mario Kart streamen, wenn du wieder streamen kannst, richtig? Wieso? Hey, weil dann noch safe Leute aus deiner Community mit dazu kommen. Inklusive Desaster. Ja, aber außer Desaster... Naja, so viele werden es da jetzt auch nicht. Ja, trotzdem. Ein Desaster dabei ist, ist es ein Fiebertraum, dann ist das gut. Hast du gerade drei rote hintereinander abgeschossen auf mich, ja? Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Das Ding ist, es hat nichts gebracht, ich war eine Rakete zu dem Zeitpunkt. Ich weiß. Tja. Was, tja? Die roten waren wirklich ein Fehler. Zu 99% kannst du eh niemanden abschießen. Au! Never mind, ich wurde gerade abgeschossen. Zu 99% kannst du eh niemanden abschießen. Ja, wurde abgeschossen in der Sekunde. Toll. Junge, was machst du denn auf dem vierten Platz, Alter? Was ist das denn jetzt? Ich hab das Gefühl, Aki begeht gerade selbstverletzendes Verhalten. Oder ich? Einfach nur zu peilen. Wir beide, wir beide. Ja. Hallo, kann ich mein... Hallo, kann ich mein Item bekommen? Hallo! Oh mein Gott! Ich bin Achter! Ich bin Achter! Wie? Hä? Wie bin ich auf den achten Platz gekommen? Ich weiß nicht. Roy und Larry! Roy und Larry! Ganz ehrlich, die beiden, ne? Auf die hab ich's jetzt abgesehen. Na, wenn sie sich über Items beschwert, kann ich keine Items bekommen, ja. Das stimmt, aber... Allerdings... Hey, gesund, Alter! Danke. Oh, der hat sich's auf dich angehört. Das stimmt, weil ich so ein gewaltiges Potenzial hat, kriege ich diesen neben... Oh, Alter! Nein! Ah, nee! Oh, Jen! Das nächste Mal... Äh, Jen, wir müssen auch mal wieder zusammen Mario Kart streamen. Ja, ich glaub, die hat ein Trauma vom, äh... vom letzten Turnier, bei dem sie mitgefahren ist. Ich weiß schon, warum ich keine Turniere mehr mitfahre. Ich wollte eigentlich bei dem Turnier auch mitmachen, aber ich hab vergesst, mich anzumelden. Ich bin ganz so drauf. Oh. Oh mein Gott! Da sind grad Rot an mir vorbeigerauscht. Hi! Ich weiß. Was denn? Hi! Bye! Ich hab drei Raketen hintereinander. Nummer vier! Großer Gott. Ich hatte vier Raketen hintereinander. Ja, warum nicht? Oh mein Gott! Wie nice! Ich werd gerade hier vom Spiel massiv, äh... betrogen. Oh! Na, warum weiß ich, ich hab nichts gesagt. Und noch ne Rakete! Und noch ne Rakete! Wow, ey! Und noch ne Rakete! Ja, come on, ey! Erster! So, Leute, danke für's Zuschauen bei diesem Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, ich liebe dich spielen! Oh mein Gott, ich liebe dich spielen! Mike ist dazu gejoint! Wer, wer ist das? Der war, hallo! Wer ist dazu gejoint? Ich kann nicht mehr... Ich hab dir von Kiki erzählt, dass es Kiki ist, äh... Oder Kiki spielt gerade, ich weiß nicht, einer von den beiden, aber Kiki hat ihren Stream ausfallen lassen. Hallo! Willkommen, willkommen! Der kann auch gerne im Voice dazukommen, just saying. Ja, alles gut. Ich komm, Mike spielt wieder im Fernsehen oder so. Alter, das war gerade so rigged. Tja, Roy, mach dich alle arg, ja. Trauma hab ich auch, auch so, aber ja, gerne. Ja, wir müssen definitiv wieder Mario-Cut streamen, das ist so lustig. Okay, next round. Let's go. Ich mach wieder Standard, ne? Ich mach wieder Standard. Jetzt war's noch lustig gerade. Nein, okay, ich nehm nicht Babypack, davon hab ich jetzt genug. Ach so, jetzt ist genug, oder was? Ja, für so ungefähr zwei Runden, danach bin ich wieder Babypack. Nox sagt, er will mehr Frieda streamen. Ey, ganz ehrlich, sobald ich irgendwann umgezogen bin in der nächsten Wohnung, wird mein Setup ins Wohnzimmer kommen und dann sieht man die ganze Zeit die Katze im Hintergrund. Dann stelle ich extra einen Katzbaum im Hintergrund. Auch wenn die nie da drauf sind. Beziehungsweise selten. Ich mach einfach das Lieblingskissen von Frieda auf den Kratzbaum. Ha! Dann wird Nox dein tollster Fan. Ja, Katz! Ja, ich, ich, äh, kann die hier leider nicht reinlassen, weil hier einfach zu viel Kram ist, was die umschmeißen könnten und alles. Hey, Sommer, hast du mich hier geboxt? Ich hab nichts gemacht. Du hast mich gerammt? So keck! Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Ich hab grad Kiki abgeschmissen. Das ist auch ne Möglichkeit. Ja. Oh mein Gott, ich fall mir hier ne Scheiße zusammen, ne? Wie hab ich den Führerschein geschafft, wirklich? Äh, Bestechung. Ja, ich merk das schon. Ich will mal kurz ein Lurky, hab noch nasse Haare vom Duschen und frier mir den Hintern ab, muss föhnen. Dann macht das Jen viel Glück dabei. Macht das! Viel Spaß beim Haare föhnen. Oder so. Friss! Nein! Warum bist du schon groß gewesen? Was war denn das? Weil ich Zweiter war, als ich vom Blitz getroffen wurde. War auch wieder wahr. Ich hab grad irgendjemand mit meiner Bombe getroffen. Also mich nicht. Ich sollte aufhören, auf den Chat zu achten, wenn ich, äh, fahre. Benni, dankeschön für deine 50 Bits und den Whopper-Sound. Was ist der Whopper-Sound? Kennst du Whopper-Sound nicht? Bester Sound, Alter? Es gibt Sachen, die für mich noch neu sind. Das ist, äh, auf TikTok war der sehr lange, äh, sehr am Hype. Na, kein Wunder, den ich kenne. Das ist von TikTok. Hallöchen, Benni. Ich bin Siebter, Digger. Siebter. Aua. Ja, Aki ist jetzt schon seit fast 40 Minuten live, Benni, also. Alles gut, Benni. Alles gut. Kyo spielt gleich mit, okay. Ja, wir können auch ansonsten bei denen... Perfekt. Wir können auch ansonsten auf deinen Server dann wieder rübergehen, wenn Kyo dann dazu kommt. Jo. Oder kommt hier im Endeffekt. Das bleibt eh überlassen. Jo, das ist Kyo überlassen. Ob du, ey, Kyo, willst du dann mit in Voice kommen oder lieber nicht so? Das, äh, ist Kyo überlassen. Da war ich wieder kurz vor Ziel von Kyo abgeschossen und dann lacht sie mich aus. Sorry, jetzt male. Alle. Nein. Hab's nicht verstanden. Okay. Hallöchen, Mike. Hi, Mike. Hallo. Äh, wir sind bei Elias im Voice. Bei Elias auf dem Discord. Wir können aber auch, äh, zu mir in Discord gehen. So ist es nicht. Das ist im Endeffekt egal. Willkommen, willkommen, Mike. Ich, äh, ich hoffe, die Stream-Qualität ist angenehm. Oh mein Gott. Wow. Ich fahre. Ach, du scheiße, diese Bombe. Ich fühl, ich fahre mir hier in Dreck zusammen, ne? Ja, Heiliger. Diese Bombe gerade, das ist wahr. Ich hab, ich hab grad mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. So knapp war die. Also meine war's nicht. Ja, dann dürfte das die von Mike gewesen sein. Aber, wenn eine Bombe sehr knapp an dir vorbeirauscht, würde ich dir raten, spätestens jetzt eine gute Lebensversicherung abzufließen. Kein Kommentar, okay. Was denn? Oh mein Gott. Ah! Das war die, das war die perfekteste Banane, die ich je gesehen hab. Also die Glühle-Turbel. Wo seid ihr bitte, Alter? Ich bin auf dem dritten Platz. Ich seh euch nicht mal mehr. Ah, da drüben. Da war jemand. So ne Kurve weiter. Da war jemand. Dann können wir auch gleich zu mir auf dem Discord wechseln. Dann machen wir das. Jo. Oh mein Gott, ich bin auf dem zweiten. Ich kann ja doch was. Sag dich und verkacke das Driften. Auch gut. Oh no. Das war meine. Meine rote. Nein, Aki, vergiss es. Oh nein. Oh nein. Mich kriegst du nicht mehr weg. Sicher? Mhm. Dich überhole ich noch. Sicher? Irgendwie schon. Nein! Ja gut, wenn du jetzt ne rote bekommst, bist du gearscht. Ne, ich hab ne Bombe. I won! Aber zweiter. Zweiter. Immerhin. Na gut, Frau Mike. Ist auch nicht schlecht. Alles Klärchen, Q. Alles Klärchen. Sollen wir da zu dir rüber gehen? Jo. Dann machen wir das mal schnell. Man hat den Voice Join Sound übrigens auch gehört. Wenn ich irgendeinem Voice joine, kommt dann immer so ein Pups. Den Pups hat man im Stream gehört. Ja, und das hört man auch im Stream. Ilias. Aber das hab ich bis hierhin gespürt, Aki. Ja, ja. Kann ich verstehen. So laut war der. Ja, kann ich verstehen. Was, was, was? Mike, dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Oh nein, jetzt weiß ich, warum er die Strecke genommen hat. Wir haben letzte Woche, glaube ich, war das an dem Samstag, Marek hat gespielt. Und da kam Mike random rein und out of low. Er hat auf dieser Strecke gewonnen, obwohl er die vorher noch nie gefahren ist. Oh nein, nein. Oh mein Gott, ich hasse diese Strecke. Die ist auch von der Wii. Ich hasse diese Strecke. Die ist nicht von der Wii. Nee? Sicher? Nein. Das ist ein anderes Bowser Castle, was es auf der Wii gab. Stimmt. Jetzt, jetzt, wo ich sehe, ja. Trotzdem, ich mag keine einzige Bowser, äh, hier Festungsdingens. Ja, das war nicht ich. Hier, friss. Hier, friss nochmal. Ah! Ey! Oha! Ich mag keine einzige Festungsstrecke von Bowser, ne? Ich finde die so schrecklich. Aber die Musik ist gut. Das ist Bowsers Festung, natürlich ist die Musik geil. Nee, Entschuldigung, ich korrigiere, es ist Mario Kart. Tschüss, die Musik geil. Ey, beim nächsten Mario Kart hätte ich wirklich sehr gerne eine Strecke mit diesen, ähm, mit diesem Song aus Mario Wonder. Oh mein Gott. Scheiße. Pils hätte ich mir für die Blaue eigentlich auch bewahren sollen. Egal. Boah, das war knapp. Ey, macht Sachen mit mir gerade. Ich kriege noch einen Herzenpakt wegen euch. Tja. Ey, bitte nicht onstream. Bitte nicht onstream. Ach so, okay. Oh mein Gott, fast in meine eigene, äh, in meine eigene Banane reingefahren, ey. Ist das, dieser bescheuerte Bungerang, ne? Oh nee! Ja! Nein! Tschüss, Ilias! Ja, er ist doch! Ja! Ja! Ilias? Mhm. Ich krieg' nen Anfall, ey! Ne, bitte doch, das nicht onstream. Wisst ihr, Aki ist die Art von Mensch. Solange man, äh, solange man das nicht onstream hat, ist dir das egal. Nein, wenn's onstream ist, dann eilt sie, damit's nicht passieren, aber wenn's offstream ist und du sie anrufst, so, Aki, ich dick grad im Schirm auf der Straße, kannst du mir helfen, da ich sie so, Aki ist nicht onstream und aufgedeckt. Nein, nein, da würd ich dir wirklich helfen. Jaja, was werden wir dann sehen? Und wär aber insgeheim froh, dass ich's nicht onstream bin. Oh Mann, ey. Du kleiner Keck, ey. Ich? Niemals. Ja. Wenn du onstream stirbst, dann müssen die armen Mobs wie wieder den Körper aus dem Stream zerren und wegräumen, deswegen bitten wir davon abzusehen. Das, was Nani sagt. Könnt ihr das besser anpinnen? Nein. Es gibt immer eine Nachricht im Stream, die eingepinnt wird. Die werden die Wünsche erfüllt. Nee. Diese Strecke bin ich so lange nicht mehr gefahren, Alter. Deswegen hab ich sie ja ausgewählt. Au! Da war ne grüne. Oh! Na gut. Ja. War deine, wa? Ja. Ja, natürlich war's. Das war immer so, dass du erwartet. Also wenn die von vorne kamen. Ja. Kamen sie. Ach Mann, ey. Mike! Das hab ich gesehen. Egal, was du getan hast, Mike. Mach's nochmal. Au! Damit er mich mit der Banane abschießt. Hat aber dann verfehlt und dann hat er eine Banane nach vorne geworfen, während ich eine nach hinten geworfen hab. Und keiner von uns hat den anderen getroffen. Ja gut, never mind. Außerdem auch hier für alle zum Sehen Apfelkuchen. Ah, okay. Boah, jetzt hab ich Bock auf Apfelkuchen. Nico, Nico, Nico. Ich fahr mir hier in den Dreck zusammen, das gibt's nicht. Aber noch bin ich vierter. Das heißt aber, irgendein Bot ist vor mir. Ja, Baby Luigi. Das möcht ich nicht. Baby Luigi soll mal weggehen, Alter. Sechster, siebter. So, wenn eben noch einmal für bescheuerte Qs, dann wär ich dabei. Alles klar, Q. Okay. Nach dieser Runde startet ja eh die nächste Runde. Da muss ich auch mal ganz kurz für kleine Akis. Okay. Oh mein Gott, nein. Ich hab die Kunde zu spät eingesetzt. Das kann nicht wahr sein. Nein. Scheiße. Ich hab die eine Sekunde zu spät. Ich hab die eine Sekunde zu spät eingesetzt. Ich bin Fünfter und wurde nach dem Ziel von der Grünen getroffen. Wisst ihr, Leute, ich bin heute dafür da, den Chat zu lesen, während Arke einfach nur fährt und ihr Leben lebt. Ja, irgendwie schon. Danke. Ja, kein Problem. Okay, Elias, dir wird eine große Aufgabe zuteil. Du darfst jetzt mein Chat so lange beäugen und belustigen, während ich auf Toilette gehe. Und an alle, die dazukommen möchten, eventuell auch im Voice mitfahren möchten. Das hier ist mein Discord. Kommt gerne auf mein Discord und ihr kommt in den Warteraum. Wir schieben euch dann hoch. Bis, Denny. Also, bis gleich. Ich muss auf Toilette. Leerste professionelle Chatleser. Ja, Nani, das ist ja bei meinen Streams ja nicht anders. Weil da lese ich auch meistens den Chat mit, auch wenn ich am Faden bin. Also, das ist mehr Gewöhnung. Also, das habe ich mir über die Jahre irgendwann angewöhnt, wie man so sagen kann. Wenn er den Chat beugt, dann bin er sich zurück. Oh mein Gott. Es gibt immer diese eine Person, die die Art von Jokes macht. Immer. Heute bist du diese Person. Also, Nani, ich habe was Besseres von dir erwartet. Obwohl, habe ich je was von dir erwartet? Ich glaube nicht. Ich kann auch keine Erwartungen haben, eigentlich. Jetzt mache ich mich voll unbeliebt. Ja, also, dadurch, dass Aki jetzt nicht da ist, kann ich dementsprechend, also, können wir jetzt auch nicht weiterfahren. Weil Aki hat ja das Lobby-Zepter, so nenne ich es jetzt mal. Aki sucht aus, was wir fahren. Dementsprechend müssen wir da jetzt ein bisschen warten. Aber ich denke mal, das ist für euch kein Problem. Ich meine, man muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt den Stream gar nicht habe, das nimmt mir so ein bisschen, ich würde sagen, Druck weg. Aber auf der anderen Seite ist es halt scheiße mit der Situation, die ich habe, dass ich nicht streamen kann. Es fuckt irgendwo ein bisschen ab, aber es kommen bessere Zeiten irgendwann. Und bis dahin verweile ich in Streams von anderen auch in Voice Chains. Solange es sich über eine Katze stolpert, sollte es einigermaßen schnell gehen. Ja, ich traue Aki vieles zu. Also, es kann alles Mögliche passieren. Das darf man auch nicht vergessen. Okay. Bei Aki ist es wie mit einem Würfel. Du weißt, egal was du machst und egal wie du wirfst, du weißt nie, welchen Ausgang das hat. Du weißt nie, ob du eine Eins, eine Zwei oder eine andere Zahl würfelst. Du kannst ja auch eine Sieben würfeln bei einem Sechsten Würfel. Ja, das geht. Und das ist wie mit Aki. Bei Aki weiß man nie, was passiert. Du lässt sie einmal alleine weg und dann gibt es ein paar Optionen. Entweder sie verirrt sich und schreibt ihr dann, wo bin ich? Oder sie kommt wieder zu dir zurück. Das ist alles Mögliche bei Aki. Deswegen, ich traue ihr vieles zu. Es kann auch sein, dass sie wiederkommt und plötzlich ein Pokéball in der Hand hat. Das geht auch. Oder sie kommt plötzlich mit Essen wieder oder 500 Euro. Alles ist Mögliche bei Aki. Deswegen bin ich da mal gespannt. Ja, ich bin außerdem gespannt, wie lange das jetzt mit dem Stream heute noch gehen wird. Wir hatten jetzt ein bisschen Action gehabt. Deswegen freue ich mich da jetzt noch auf die nächsten Rennen. Solange es nur ein Pokéball ist und kein Fangkuchen auf dem Kopf, muss man sich keine Sorgen machen. Also ich glaube, der Fangkuchen auf dem Kopf wäre sogar wahrscheinlicher. Der wäre sehr wahrscheinlich. Die wichtige Frage ist allerdings, ob dieser Fangkuchen-Sirup drauf hat oder nicht. Das ist die wichtige Frage. Ich hatte letztens sogar Fangkuchen gehabt. Da war ich mit Desaster und noch einer anderen Streamerin, die wir beide kennen. Da war ich unterwegs. Wir waren brunchen. Und dieser Fangkuchen war so göttlich. Das war das erste Mal, dass ich wirklich richtige Pancakes hatte. Und das war... Oder sind Pancakes Fangkuchen? Warte mal. Ja, es ist ein Fangkuchen. Aber es waren halt keine, die man so normal kennt. Wenn sie Fangkuchen macht, dann muss sie aber den Teig on-Stream anrühren. Das verlange ich schon. Ja. Ich glaube, das würde Aki aus Prinzip nicht machen. Einfach nur, damit sie dich ärgert. So viel traue ich ihr zu. So viel traue ich ihr dazu. Also, sind wir mal ehrlich. Ich glaube, Aki ist wie so ein kleiner Troll. Der den ganzen Tag rumrennt und nichts anderes macht, als einfach nur andere Menschen zu mobben. Jetzt schon Discord-Stream für mich angeworfen dafür. Echt? Ja, dann. Ja gut, du bist aber auch ihr Mod. Also, auf dich hört sie ja in dem Fall. Oh, jetzt ist der Bild schon dunkel geworden bei Aki. Oh, Aki ist jetzt schon ein bisschen weg. Jetzt ist die Frage, lebt sie noch oder nicht? Wir müssen irgendeine Prediction machen dafür. Nächste Prediction. Hat Aki es überlebt oder nicht? Oh, Aki läuft schneller. Hallo, Kamerade. Du siehst ziemlich dehydratiert. So, I got a glass of water for you. Ah, danke Q. Ich trink was. Warte, ich mach's extra nah ran. Ja gut, man hört's jetzt nicht. Hi. Jetzt habe ich Bock auf Pancakes, weil ihr darüber geredet habt, was meines Pancakes machen. Das wird aber zu lange dauern. Jetzt habe ich mir Nüsse geholt. Problem, ich sehe gerade, ich habe damals die falschen geholt und die mag ich nicht. Belastend. Weißer. Tja, was machen wir jetzt? Ich probiere jetzt so eine Nuss. Jetzt müssen wir den Stream beenden. Ich probiere jetzt so eine Nuss. Jetzt müssen wir den Stream beenden wegen einer Nuss. Mann. Hi, Q. Das klingt ja erstmal wieder Anime. Mann, ich hab mir gerade die Statistiken von uns beide angeguckt. Kannst du mal angucken, wenn man zusammenspielt, wer wie viel gewonnen hat. Ähm, 102 zu 27. Wundert mich nicht. Ich muss mir den Pass kaufen, ich brauch mein Funky Kong wieder. Hm. Irgendwie schmecken die. Ich dachte, du magst die nicht. Also war doch kein Fehlkauf. Also es war doch ein Fehlkauf, ja. Ja, weil die sind scharf. Und du schmeckst halt richtig hart Limette raus. Mäh. Und ich mag Limette nicht. Aber der erste Geschmack ist geil. So, Limette-Geschmack kommt später. Schmeckt also doch gut. Äh, Nani hat gerade gesagt, ich sähe extrem leise. Hab dich schon lauter gedreht. Ach so, okay. Ich nehme die Mucke. Ich habe Bock auf Pancakes. Und Nani will Limettensaft. Ich mag Limette nicht. Ich bin ja doch irgendwie froh, dass wenn wir eingeblendet werden in dem Overlay, wenn wir reden, dass da nur so angezeigt wird, wie unsere normalen Disco-Profilbilder sind und nicht die, die wir Server intern haben. Alter, dann hätte ich dich rausgekickt aus dem Voice. Zur Klarstellung, Ilias hat ein Fail-Bit von mir. Ich esse Pancakes immer mit Zimt und Zucker. Sag mal, Aki, ist das jetzt das neue Babypark bei dir? Nö. Die Strecke ist toll. Ja. Ja. Aber die Strecke ist auch toll. Da sage ich ja nichts gegen. Ich wundere mich nur, dass Aki die so häufig nimmt. Kindheit. Ah, okay. Ja, das kann ich verstehen. Genau wie die, die jetzt ausgewählt wurde. Oh mein Gott, Tee nach was Schafen ist keine gute Idee. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Aua. Oh, ha, ha. Na, verdammt, ich muss fahren. Ah, meine Fresse brennt. Ja. Wie gesagt, Nani, ich traue Aki alles zu. Auch das. Aua. Ich mache mir nachher Pancakes. Au. Das war ein klassischer Aki mit Zimt. Ja, das ist wahr. Und wenn ihr mehr solcher Fails auch privat mitbekommen wollt, kommt auf meinem Discord. Da bin ich jeden Tag im Voice und fail darum. Das ist Eigenwerbung. Ach, nee, Moment. Das ist mein Ding jetzt hier, Starfish. Wer auch immer auf dem ersten Platz ist, viel Spaß mit der blauen. Meine war es nicht. Von irgendeinem Bot hinter mir. Von irgendeinem Bot hinter mir. Zwischen all dem Freda slurkt eine Freda, wer sich findet, bekommt einen Schlag weniger als sonst. Das Eilgewerbung-Eigenen-Stream-Poke-Distream-Aki. Echt mal, Aki, wie kannst du nur? Hab sie gefunden. Die Lücken, ne, Frieda. Ich krieg einen Schlag weniger als sonst. Okay, so ist man viel, viel langsamer. Gut ist, dass du es jetzt warst. Krass, ich habe einen Stern. Ha! Wow, echt jetzt? Ich wurde davon nicht getroffen, weil ich einen Stern hatte. Ja, deswegen die Reaktion von mir. Haha. Elias, ich sehe dich. Ja. Hugh, dich auch. Oh mein Gott. Dieser Felsen gerade. Oh, nein! Ja! Los, Felsen! Triff, Elias! Was? Ich habe mich auch noch aus dem Felsen geworfen. Ich bin auch aus dem Leben geworfen. Ja gut, erster werde ich nicht mehr. Danke, Aki, dafür. Ja. Zoop! Ja! Ja! Ich habe Ilias noch überholt. Das ist ein Stringer-Sinn. Oh! Oh mein Gott. Das war so wunderschön. Und weißt du was, Elias? Wenn du dich beschwert hast, nehme ich jetzt Baby Park. Ich lache jetzt so hart, wenn noch mal Baby Park kommt. Bitte, wir Baby Park. Ich habe mich nicht beschwert, ich habe mich nur gewundert. Bitte, wir Baby Park. Ja! Ja! Nein! Oh Mann! Ich wollte Baby Park. Okay, bei der nächsten Gamescom kannst du jemand anderen suchen, der dir aushilft, wenn du alleine fährst. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ich melde mich freiwillig. Schade. Ja, Mike, schade, ey. Ich erwarte euch alle. Und sehe ich dir ja alle, oh Gott. Ja. So viele Menschen. Und ich hätte dich auch. So viele Menschen. Ja, du ja. So viele Menschen. Weiß ich gar nicht, ob ich die Akten kann. Keine Sorge, Q. Hefte dich an mich. Ich verlaufe mich nur wie Zorro. Ist okay. Nee. Hoffentlich. Ja, ich krieg das langsam mit inzwischen. Langsam kriegt er diesen tollen Orientierungssinn. Trust me, der wird noch schlimmer. Der wird noch viel, viel schlimmer. Er ist beim Tauchen verschwommen. Ja, nee, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Ich hatte eben eine Folge, da ist er einfach getaucht. Und taucht wieder auf. Er wollte Ruffy retten, was? Er wollte Ruffy retten. Er wollte Ruffy retten, ne? Ja. Zorro ist... Der hat einen Orientierungssinn. Das ist der Hammer, Alter. Und das Ding ist, ich hab den auch. Hat man, glaube ich, auf der Games-Discom gemerkt. Sorry, Q. Ja. Nee, das war's nicht du, oder? Nee. Nee. Das war Mike. Sorry, Mike. Oh, fährt auch immer die Pizze hier. Ich weiß nicht, wie viel die Kliokrad eingesammelt hat. Aber! Was meinst du? Die Pilze vermutlich. Wie? Ja, dort haben drei Pilze. Hattest du mir alle gegönnen? Ja, G steht für Gönnen, ne? Ich mein' ja nur. Hm. Oh mein Gott. Boah, hab ich die Rote gerade getroffen? Ja, du hast die Rote verstanden. Ja, du hast die Rote verstanden. Oh, scheiße. Viel Spaß mit der Blaue. Ich bin mich grad runtergefallen. Das ist ja bis jetzt für dich. Ja, passiert. Danke für die Münzen, ne? Sehr lieb von dir. Ja, bitteschön. Das war meine Blaue, by the way. Wollts nur erwähnen? Ach, fick dich. Manchmal würde ich gerne sehen, was da vorne abgeht, ey. Er hat ne Brug mit dahin gelegen. Ein Aufhäppchen gemacht hier, oder was? Kam die Rote an? Ne, die ist gegen den einen Bus, oder ne, gegen die eine Straßenbahn kaputt gegangen. Boah. Es brennt. Es brennt. Kommt alle aus dem Haus. Hä? Hä? Wo kommt Mike denn her? Nein. Oh mein Gott. Verdammt. Das war meine Frau. Ja, Affe bitte plötzlich. Das war meine? Ich weiß, ich hab da hinguckt, dass ich wieder so ein Affen. Ja. Oh mein Gott. Ess ich jetzt wirklich diese Nutze weiter? Nani kommt mit nem Grimm im Schleppzaun. Mhm. Das will ich jetzt sehen. Der Mod, der kein Mod ist. Grimm. Ja. Nimm jetzt schon mal Babypock. Mir egal. Oh mein Gott, die Strecke mag ich, danke Elias. Hm? Die Strecke ist toll, die du ausgesucht hast. Ein Lob von Q. Ich hab alles, was ich wollte. Das ist meine zwei Lieblingsstrecke. Komm Mike, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Nimm Babypock. Nimm Babypock. Es gibt Schlimmeres. Nein! Ich bin enttäuscht. Jetzt kommt eh wahrscheinlich Babypock oder so. Nee! Warum sagst du das auch noch? Ja! Ja! Warum sagst du das auch noch? Er ist ja noch voraus geschworen. Ey, sei froh, dass du vorher nicht dabei warst. Ich weiß. Ich muss den Bestattern wieder Bescheid geben. Bestatterin ist klar. Scharf, 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 scharf. Ich fahr mal auf einer Beerdigung wegen meinem Job. Ich wollte die Beerdigung nicht sehen. Oh! Oh, ist das... Oh, scharf! Ah! Mein Kollege stand da mit so einer richtigen Geheimagentenbrille dahinter, vererschränkt der Arm. Ich dachte mir so, Bruder, ich glaub du bist zum falschen Job. Es hat weh getan. Entschuldigung. Tut dir nicht leid. Oh, Alter! Dieser Bot hat mir gerade beide Pakete geklaut. Geh weg, du Scheiße! Mein Gott! Du hast schon wieder Pakete gesagt. Ist mir doch egal. Nimm den Dinger so wie ich will. Obst du das meine? Wenn ich den schon anschieße, darf ich den hälfte wenigstens auch hoch. Ich finde das nur lustig, weil es gibt keinen anderen, der das sagt. Deswegen, das ist doch neu für mich. Ich hab dich grad abgeschmissen und dann hab ich dir hochgeholfen, dem ich dich angedingst hab. Ja, passiert. Ist das so sozial von mir? Ja, das ist so sozial. Aki, das ist ja keine Beschwerde. Falls ja, das Management schläft gerade vermutlich auf dem Bett. A.K.A. Frida. Was aber nochmal? Bist du grad nochmal in meine Banane reingefahren? Ich nicht! Oi! Autsch! Ich wurde geraketet. Ich auch. Ich fast. Jetzt wurde ich gerotet und geblitzt. Ja, das war ich. Die rote war ich. Der Blitz nicht. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich auch nicht. Ich war gerade eben ganz kurz auf dem ersten, ne? Jetzt bin ich auf dem vierten. Digga! Fünfter! Ich kann nicht mehr. Was ist denn das? Mann! Ich bin irgendwie noch erster geworden. Wie? Ich hab keine Ahnung. Was hast du getan? Geteatet? Nein, ich war vierter vor der letzten Kurve. Plötzlich sind ja alle stehen geblieben. Das war nicht meine Absicht stehen zu bleiben. Ich glaub, ihr habt dich alle irgendwie gegenseitig getroffen. Da hab ich doch getrötet. Ich glaub, ich bin wegen der Tröte stehen geblieben tatsächlich. Ich danke dir. Ne, du bist schon davor stehen geblieben. Echt? Okay, dann weißt du irgendwas anderes. Oh, ich hasse die Strecke, die Maik ausgewählt hat. Oh Gott, der Dank. Hatte grad Angst. Das Management ist ziemlich plüschig hier. Ja. Mein Management auch. Mein Management hat mir heute Nacht ins Ohr gebrüllt. Frieda. Frieda ist mein Management. Frieda kommt manchmal einfach richtig random mitten in der Nacht, während ich am schlafen bin an mein Ohr und mach Mau. Du meinst, du mitten am Tag, wenn du am schlafen bist. Nein, nein, nein. Tatsächlich mitten in der Nacht. Ich bin heute Morgen schon um 12 Uhr wach gewesen. Also, morgen ja, aber ich war 12 Uhr schon wach. Ich meinte eigentlich damit, dass du wann schläfst, die Nachts. Äh, tatsächlich geht das momentan. Hä? Okay, Rotes haben wir vorbeigefahren. Ja, ihr habt in dem Moment Plätze getauscht. Ah, okay. Sag mal, hör auf mich weg zu Ramaki. Das bin nicht ich. Doch, nein. Das war ein Affe. Doch, dann war ich das. Nevermind. Es sei denn, es gibt ja einen Fake-Affen. Du hast Nemi weggerammt. Ja, Tatsache. Ich dachte, es gibt hier vielleicht noch einen Fake-Affen. Hätte ja sein können. Ja, mich. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt tun. Was denn? Wenn du das schon so sagst. Danke für den Blitz, während ich in diesem Wasser stand. Da kommt eine blaue. Sorry, Mike. Oh, da war ein Baum. Die sind überall Baum, ne? Ja, ich merke das schon. Das kann nicht sein, dass diese fünf Grünen dich nicht treffen. Haki. Doch, kann sein. Mir wurden die nicht mehr angezeigt, hä? Grüne werden dir auch nicht angezeigt. Oh, nevermind, okay. Ich spiel die Spielzeiten. Möge ich ihn mal wieder. Oh, ja. Ich habe gerade diese eine Banane gesehen. Hört doch auf damit. Nein. Ja. Komm schon, der Pilz. Komm schon. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Scheiße. Beschleunigungskart hat gewonnen. Fuck. Ich spiele noch Schmetter. Ich bin auf dem Beschleunigungskart. Ich habe das nur so minimal gesehen, wie du schneller wurdest. Und ich war dann so, oh fuck. Minimal. Das Auto hat so viel, fast volle Beschleunigung. Ey, das ist krank. Meinst du mich gerade an, weil es Hunger hat? Das Mensch spänt dann Hunger. Ja, damit hat Q gewonnen. Herzlichen Dank, Q. Halt dich im Paintbrush? Warte, nein. Das ist ja das Sabern. Stimmt ja. Ich vergesse jedes Mal, ich vergesse jedes Mal, dass du hier Paintbrush hast. Deswegen habe ich mir im Discord auch anstrieben, dass das er ist. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist der Sprache. Aber wo sind die, die die Erinnerung sharen? Okay. Dann next round. Auf geht's. Alter. Nein. Hurra Hass. Hurra Hass. Hurra Hass. Warte. Es hört sich alle an wie Roboter. Ernsthaft? Nein, bei dir auch? Q bei dir auch? Warte, sagt doch, dass ihr euch anhört wie Roboter. Das war nur ganz kurz. Ach so, wieder nur ganz, ganz kurz, oder wie? Ist das wieder weg? Das ist normal. Das ist normal. Das kommt ab und zu mal. Ist das weg? Hat sich's gerade aufgemacht, äh, als ich gerade den Song wieder angemacht habe, war's weg. Okay. Aber trotzdem, äh, Bescheid sagen, wenn das ist. Bescheid sagen trotzdem, wenn das ist, bitte. Damit ich das weiß. Das kann man alle paar Minuten lang gefüllt haben. Na, scheiße. Ich werde nachher... Also nicht alle paar Minuten, aber es ist so alle 15 Minuten mal, glaube ich. Ich werde nachher mein OBS wieder neu einstellen. Ich will ja OBS Portable jetzt installieren mit OBS 30.9 in der Hoffnung, dass es da weg ist. Das fackt voll ab, ey. Das war meine rote. Nein, das war meine. Ich hab aber auch eine rote geschmissen. Na, hat er zwei bekommen. Okay. Hey! Gesundheit! Dankeschön! Oh. Aua! Wessen rote war das? Alter, die Strecke wurde jetzt so richtig zu so'n Fiebertraum. Bitte? Die Strecke wurde zu nem richtigen Fiebertraum von den Effekten her. Die Strecke ist mega. Mit der bin ich aufgewachsen. Ich, du, ich auch. Aber die Strecke selbst wurde ja ein bisschen verändert und die Effekte davon sind jetzt so ein richtiger Fiebertraum. Das ist wahr. Die Strecke selbst ist auch so ein richtiges... Bist du auf so'n Trip, Alter? Nein, der Trip ist immer noch Baby Park. Das ist alles Trip. Jede verdammte Regenbogenstrecke ist hier auf, äh... in Mario Kart 8 Deluxe ein fucking Fiebertraum. Und tot. Ja. Mein Gott. Ich hab die ganze Zeit einen Frosch im Hals. Nein, ich kann ihn nicht rausquaken lassen. Der arme Frosch. Hat dir nichts getan, du hast ihn trotzdem im Hals gelassen. Ja. Schäm dich, Aki. Ja, es ist wirklich. Oh, war das knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo kommt ihr denn jetzt her? Sag mal. Na hör mal. Was? Ich war Zweiter. Nein, ich bin noch rein. Ich war Zweiter. Ich bin noch rein. Ich bin noch rein. Ich war Zweiter. Oh Mann. Wie rigged war das denn? Ich bin noch rein. Oh Mann. Oh Mann, ey. Oh Mann. Oh Mann, ey. Geschenke, Items, Pakete, was auch immer. Da stand aber nicht dein Name drauf. Nee, nee, da stand nicht dein Name drauf. Oh mein Gott, ich hasse euch alle. Immer noch Zweiter. Vierter. Mist. Item, Käthe. Okay, Nani. Haben wir jetzt einen pelzigen Aromaschein mit Atlas-Funktion gemacht? Perfekt. Perfekt. Hm. Ich hab grad Atlas-Funktion gelesen. Hab ich auch als erstes gelesen. Ich hasse mich selber dafür, dass ich die jetzt auswähle. Warum? Ich mag die Strecke nicht. Warum tust du das? Ich mag die Strecke nicht. Warum tust du's dann? Weil ich's kann. Und Freud von mir hat gesagt, dass auf dieser Strecke der Penis Fisch ist. Und deswegen nimmt er die immer. Oh mein Gott. Das ist natürlich so, dass ich mir die paar Mal gefahren habe. So. Oh mein Gott. Hi. Na? Was geht denn? Ich hab mich umgesetzt. Fast, Q. Fast. Fast. Das war so knapp gerade. Ohohohoho. Alter. Schick dir denn die grüne sonst wo hin. Oh Mann ey. Viel Spaß damit. Ach ja. Au. Boah. Au. Au. Unsozial. Nein. Da war ne Banane. Voll in die Banane rein. Und wer holst du mich denn mit deiner roten? Warum nicht? Warum nicht? Jan. Jan. Yes. Jan. Jan macht gleich mit. Yeah. Nein. Nee, nicht deswegen. Ich, äh, der Blitz. Ja, ja. Das hab ich jetzt auch gesagt. Ja. Ja, true. Ah, Marian. Du darfst auch gerne mit dem Voice kommen, falls du möchtest. Falls du fein damit bist. Hm. 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 Oh Mann, bleib doch mit euren hessigen Arsch-Splitzen weg. Mann, ey. Die Popoblitze brauchen wir halt echt nicht. Komm schon, Aki. Komm schon. Ja. Ja. Ich hab die noch überholt, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich hab die verdammte Animal Crossing-Bewohnerin noch überholt. Die Arme. Hier soll ja wegbleiben, Alter. Arsch-Bewohnerin, ey. Hä. Ich... 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 Ich hasse mich immer noch dafür. Nehmt ihr doch mal. Gerade als du Popoblitz gesagt hast, hat mir Arsch... Äh... Ich liebe Mario Kart. Das ist wundervoll. Steht da hinten wirklich Burning Decay drauf? Ne, ich dachte mir auch gerade. Ja, da steht Burning Decay. Wow. Au. Pff. Ah. Nice. Nice. Oh, Leute. Ich bin dagegen gefahren, ich Idiot. Kyu hat alles gesehen. Au. Was ist passiert? Was? Ich wollte auch gerade fragen. Ich hab nur gesehen Kyu will be gone. Was war da los? Das kriegst du zurück. Okay, Arsch-Bewohner hat Mike was gemacht. Beim Flug hat's mir wohl ne Rote in den Rücken gerammt. Oh mein Gott, okay. Alter, Mike. Also wirklich. Ich werde Mietchen. Nein, 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 nein. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh, ich hasse diese Strecke. Die Strecke ist einfach fechterlich. Ich bin schon wieder Zweiter. Das war meine Rache übrigens. Ja, aber was kann ich denn dafür? Du staust halt neben mir. Was auch immer. Achso, okay. Rache ging an den falschen. Ja, dafür ist Mike jetzt in meine Banane gefahren. Immerhin. Geh weg mit deiner Hupe. Ich sehe das ganz genau. Okay, tschüss. Nein, nein. In die andere Richtung, Monsieur. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. und man hat ihn wieder erkennt. Ja, das ist ganz cool. Das ist ein bisschen kein Problem. Du hässliches NPC-vieh! Ich dachte, du sagst du hässliche Ente. Das auch. die arme ente nein nicht schon wieder langsam reich ist in den rücken ich habe eine rote gemacht und ich bin vierter du bist dritter gewesen oder da kam das signal von der roten was habe ich meine tröte weggeworfen ab und jetzt habe ich die blaue abbekommen habe ich habe keine tröte weg weil ich hatte mit dem blitz kam da gerade noch nämlich ein bisschen gerettet dank dem blitz liegt da jetzt irgendwo eine rote rum und meine ist es nicht ich habe die nur gesehen ich hoffe irgendein npc fährt da rein knapp bei den npcs mich immer auf hass aus idios ich fahr da dauernd rein ich hasse diese mist viecher ich finde die strecke so haben wir eigentlich immer die gleiche position auf platz 1 bis 4 das ist jetzt das dritte rennen hintereinander wo wir alle die gleiche position behalten haben ja was solltet solange mich kein npc überholt ist alles gut dann würde ich heulen oh jan hör mal deine freundschaftenfrage an warte nein das scheiß wollte ich nicht ich wollte ein weiter welche strecke ist es geworden na toll jetzt kommt ja auch ich bin ein weiter rechts gewesen und hat mein letztes ding nicht genommen das nie was jan hat ist aber auch geil ach ne nicht diese strecke genau das was nani sagt das gerade erst gesehen ja ja ich bin blätterteig blätterwald blätterteig mit füllt mit nutella das wärs jetzt nicht nur teller aber ich fühl dich dann halt keine ahnung wenn du schoko creme nein käse schon eher aber bitte keine schokolade blätterteig mit blätterteig glaube ich das will das wäre geil das wäre wild so flüssiger blätterteig mit füllt ist das dann so eine blätterteig section ich habe gerade mit meiner grünen die bombe die hinter dingen zwar einfach abgeschossen das wäre mir ich bin aber auch so reichweite davon gegangen ja meike ist gefährlich unterwegs online ja gut ich weiß ich hab's gelesen hoch du kannst gerne hochmoven mani das machen während des rennens aber verdammt du bist bei mir super leise ich werde ich werde ich gleich lauter stellen aber ich kann ich weiß mich gar nicht aus dem stream raus wer 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 oh mein gott ich nicht mehr dafür ist der vorsprung von q zu groß was meinst du jans schrei mal körper hat gerade gesagt nein 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 bitte nicht meine ohren arme q ich gebe gleich hilias den sieg nur um dich leise zu stellen wenn du schreist haste spät 2 9 nein 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 geben x7 ich habe die ganze sachen abkommando jetzt darfst du nochmal los lapen der opposition wo perfekt jetzt bist du bei mir auf 200 prozent das geht besser und bei mir ist ja noch 200 wir haben noch halb am essen und muss erstmal sowieso das spiel updaten also daher ja 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 so da ich jetzt normal bin hallo erstmal das ding ist nächstes mal ich muss einfach mal so einen tag lang ob es nebenbei im laufen haben und das aufnehmen weil irgendwann während des tags kommt bei mir safe scheiße meine pizza oder scheiße meine nuggens oder verdammt meinen pfannkuchen oder sonstiges und das haben wir dann als haunterlöte warum kann man das nicht jetzt schon als haunterlöte nein 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 das muss das muss doch das klasse nee das muss authentisch sein aber richtig authentisch mit mehr gefühlen da ist die panik drin da fehlt ne gefühle die gefühle fehlt weißt du die panik die panik in den augen und die panik das kommt mehr als einmal am tag aber das war und auch generell ja ja ich übrigens bisher kaum mario kart gespielt also ich belege ich reserviere mal den letzten platz nein nein das darfst du nicht ich bin der erste von hinten die herausforderung nehme ich aber langsam aber es kommt halt auch einmal am tag minimum von mir aus der küche so auch mein gott ist das heißt oder dieses auch schon wieder die ps4 war warte man nicht nicht mehr um mein gott mein fuß sauer solche sachen hat noch der aussage so scheiße aber hat man die städte ja gar nicht mehr was warst du dann ab der schrank ja wir können alles lesen von hinten ist der sinn dass der sinn wenn das keine scham keiner von uns johan dann können wir dazu ja ich brauche noch eine minute laut ja okay dann warten wir so lange alles gut ich probel ja schon am rote alte diese nüsse sind scharf kann mir die jemand wegnehmen scharf und nüsse es ist übrigens hoffentlich für niemanden hier ein problem wenn ich von allem hier gefühlt clips mache und die auf tiktok hochladen ich möchte nicht live sein kann das kann ich muss die live ecke generell mal überarbeiten und dort auch regeln einfügen und sowas alles so es hat geladen scharf 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 ich hab hier getrunken ich habe scharfen das so wie gegessen und danach tee getrunken ist keine gute idee er kommt schärfen noch mal hoch oh mein gott nani okay oh mein gott das muss jemand anderes sagen ja ich habe das lange weil in der wartezeit kurz tiktok gestartet das dritte ist einfach dein ankündigungs tik tok du musst auf das dritte ich glaube multiplayer dann auf freunde und dann kannst du mir beitreten ah ja genau jetzt habe ich es gefunden so viel auswahl okay dann starten wir mal ne so so natürlich müssen wir jan erstmal in mario kart so ein bisschen eingewöhnen und was ist das für ein spiel was macht man deswegen habe ich jetzt eine wundervolle strecke so fürs erste genutzt also also mike ich glaube 200 bei aki zu fordern ist unmöglich das wird nicht passieren nein das ist das würde passieren was eigentlich der unterschied zwischen den ganzen klassen einfach geschwindigkeit oder was 200 ccm ist sehr schnell wir haben 150 das ist so dieses normale bei autos kenne ich mich auch nicht aus ich habe irgendwann einmal eine einstellung gemacht und danach ja das war's hallo seifer ich denke jan das ist jetzt nur das was aki sagt und man muss vorwärts fahren oder nein rückwärts b drücken geil b drücken ach sorry ich war auf der xbox steuerung deswegen habe ich a gedrückt okay dachte ich habe das driften verlernt warum kann ich das auf einmal ich dachte ich will gerade minecraft ich habe gerade aber ohne scherz ich habe gerade kurzes driften verlernt ich mach grad mal wie geht driften nochmal oh gott oh gott oh gott da ich gerade den stream genügend habe ich habe vergessen dass mich die leute ja auch hören ey ich darf jetzt keine kreditkarten informationen von mir geben wenn du die gibst dann gib bitte auch deine kreditkarte danke wünsche ich hätte eine beziehungsweise nicht verbrauch ich die denn noch mehr unnützen kram kaufen ja unnützen kram unnützen kram kram ist nie unnützig one piece karten one piece karten kekse seriously ne one piece karten sind jetzt so teuer geworden erkennt magic karten da ist mein ganzes Geld raus was hast du gesagt jan magic karten da versuche ich jetzt gerade ein paar ähm äh drastic karten ich verstehe das auch ich sammle gerade one piece karten aber irgendwie das ding ist die werden immer teurer ja das habe ich gehört so eine freundin von mir hat irgendwie so eine 600 euro karte gezogen ich hab mir so was zur hölle nice one gen ne das meine ich nicht mal ich hätte gerne ähm op05 als äh booster display das ding ist vor ein paar monaten war das noch auf 90 auch jetzt das auf 130 hoch gegangen und das ist noch nicht mal draußen das kommt nächsten monat raus oh deswegen bin ich am überlegen jetzt wo op06 das jetzt angekündigt wurde noch so günstig ist dass ich das jetzt schon hole also vorbestelle bevor es auch teurer wird ouch ja das kriege ich auf jeden fall nicht mehr ich äh jan dein pin war 7893 schreibt jan oder äh falsch das war ja das ist ein zahlen der ich dachte das wäre viermal die null das ist ja immer die null das ist mein konto stand also ja ok verstehe ich aber ich finde es schön dass jan immer noch den sponstopp job mit rein drückt mit weißbrot 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 immer rückwärts fahren und dann ak überholen dann gibt es drama ja ich bin dafür jan weißbrot reden dann sollten wir allen erstmal grimme eine gute besserung sagen jan was hatte ich gesagt jan was hatte ich gesagt mit dem ich bin erster von hinten also ich mein das ernst sag mal das sollte nicht mal böse klingt das war einfach nur weil grimme wahrscheinlich corona hat oh also sein test ist positiv dementsprechend gehe ich sehr stark davon auf dass du das hier hörst du gute besserung genau gute besserung ich glaube zwar nicht dass er da ist warte mal glaube ich auch nicht nee kein grimm da grimm falls du das hören solltest der clip mit dir wo wir jackbox gespielt haben ist mittlerweile platz eins der hat jetzt die meisten views grimm ist leider nicht im stream ich hab grad geguckt naja schade also ak ist immer erster wenn es von hinten rangeht ja was da hat jemand fehlstart ja das war ich könnte mir nie passieren was ist los ich hab's verlernt ich bin zu doof dafür ich sollte einfach aufhören nein ich bin runter gefallen ich sollte einfach zugeben dass du besser bist das würde ich nicht mal sagen ich hätte ich was gerammt was dann wir sind beide gleich gut würde ich sagen das sind letztlich die einst an jeder unterschied machen oder willst du trotzdem sagen dass du besser bist ich habe gerade gesagt dass du besser ich hoffe ich werde nicht geblitzt und wörtlich ich wurde gestern fast geblitzt ich wollte letztens geblitzt da habe ich aber schon bezahlt alles gut ich koche mir jetzt nebenbei gala creamy nudeln macht das denn ich hab noch einmal wurde ich geblitzt nicht einmal ich weiß nicht wie ich hatte vier jahre probezeit statt nur zwei ich hatte nur ich vier mein bruder auch was macht ihr denn alle gewitzt werden tolle dinge nein ich stand nur einmal im absoluten hause bin ich reingefahren die blaue du bist ein genius ey das war so knapp oh das war ein fehler nein ah fuck die angst vielleicht klappt das ja nicht wahrnsatzweise geh weg jetzt riechst du doch mal an geh weg nein 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 oh mein gott das war gerade knapp die blaue hätte mich fast umgerampelt rampelt rampelt vor allem rampelt der gar nicht an bremsen oh gott der bremsen scheiße ich habe nichts zum abwehren nein oh mein gott das war so knapp junge link geh weg nein nein oh mein gott okay dann da ja ich habe jetzt nur gewonnen weil du zwei blaue hattest also come on Aki hat eine Fahrhilfe an die cheatet ja das stimmt ja aber ich war trotzdem noch sehr nah hinter dich an ja das stimmt ja jen das hat sie immer die Fahrhilfe habe ich immer an das funktioniert nicht ohne Fahrhilfe bei mir ja sie fällt ja schon mit runter und das sollte eigentlich immer gehen ja das stimmt allerdings es fehlt eigentlich nur dass sie automatisch an gas geben an hat und dann brauchst du ja nicht immer was machen ne das habe ich nicht Gott sei dank ich finde es lustig wie Donkey Kong einfach seinen Kopf gegen das Lenker hemmert ja okay dong boah Schwerwerte nehme ich jetzt Bitterwald Bibi Park ne ich gehe ja gerade Cups ich gehe ja gerade so alle Cups durch und suche mal da so meine Favourite draus Bitterwald Bitterwald na komm nimm Yoshi wäre das oder Mew City geworden aber das ist der gleiche Cup den Mike auch gerade hat Nimm nenn wir das Mew. ampress tho Jaaaaa Niiiind Daddy Baby Park beste Strecke Bibi Park beste Strecke Cypher das find ich auch Bitterwald ist toll Soll ich meine Lieblingsstrecke habe? Eine meiner Lieblingsstrecken Baby Park beste Strecke erst mal Kinder mit meinem U-Boot umfahren Pc U-Boot Alter. Ich hupp euch an, ich hupp euch an, ich hupp euch an. Oh, erstmal disqualifiziert. Also, Ubo, dieses Jahr schwieriges Thema. Oh mein Gott. Wow, daran hab ich gar nicht mal gedacht, Aki. Ich auch nicht. Alter. Man ist ja schon wieder voll untergegangen. Oh mein Gott. Je. Oh, schwieriges Thema. Das war Peak-Joke, ey, ohne Scheiß. Ja, ich mein, unter Druck performe ich halt ganz gut gerade. Das ist ja gerade schon so eine Situation. Das kann man auch anders verstehen. Also, das ist jetzt so eine andere Art von Scheiße. Gestern war so eine andere Art von Blöd und jetzt ist diese Art von Blöd. Ich sag nur die Bilder, die wir gestern die ganze Zeit geschickt haben. Also, ich sag's mal so, der Humor hier mit einem U-Boot ist ganz schön tief gerade. Ja. Wir sind alle sehr tief gesunken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. I'm so sorry, Alter. Das kann doch scheinlich sein, ey. Das Niveau ist gesunken. Du bist gesunken? Wir sind alle gesunken. Ja, Stille, Wasser sind tief, ne? Ich zink euch gleich. Warte, was? Warte, was? Warte, was? Du hast mich gerade getroffen? Ja, du hast mich wieder nach unten getroffen. Gut so, Kio, gut so. Ich hab vor allem nicht mal geguckt, weil wir nur nach hinten geschossen haben. Twitter! Yes! Und schon sinkt hier das Niveau, keine Panik auf der Titanic. Ich weiß nicht, was das für alle. So tief kann's nicht mehr gehen, Alter. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin grad tief gesunken. Ich bin vierter geworden. Oh ja. Wir kommen, wir kommen alle in die Hölle. Okay, nein, warte, warte, warte. Ich hab einen VIP-Platz in der Hölle, hallo? Ich hab einen VIP-Platz in der Hölle. Ich darf die anderen Leute da auch mit foltern. Ich bin grad nur beurlaubt von da. Ich geh da sowieso wieder hin. Mhm. Mich haben sie beurlaubt. Ich war zu schlimm in der Hölle. Ja, mich auch. Ja, Nani. Wir stimmen ja zu. In der Hölle, ich denke, ich war. Das Niveau wurde zerquetscht. Aua. Jan, hast du grad gesagt, dass die Hölle von uns einen Burnout bekommen hat? Ja, genau. Ja, okay. Gut, aber so meinte ich das. Auf der Klaus, wunschte mich jetzt von dem Kassel. Deswegen ist sie so warm. Alter, ich hätt jetzt so gelacht, ne? Oh nee, nicht die Strecke. Ich hasse diese Strecke. Hätt jetzt so gelacht, wenn noch mal Babypark gekommen ist. Okay, dann wir zurück und gehen zum Babypark. Ja, bitte. Babypark, beste Strecke. Das ist lustig. Ich kann mir die Strecke nicht merken. Die Strecke ist gefühlt genauso wie Babypark. Nur, dass sie etwas langgezogen ist und Hindernisse hat. Hoch und runter. Nee, warte. Ich hab die Strecke verwechselt. Die mag ich. Die ist gut. Und die Hindernisse wechseln sich mit jedem Mal, wenn man die fährt. Naja. Also nicht immer gleich. Ich hab diese Strecke verwechselt mit einer anderen Strecke. I'm sorry. Mit welcher denn? Keine Ahnung, wie die heißt. Wie sieht die aus? Ja, genau wie sieht die aus. Digga, ich kann die euch nicht erklären. Nein, ich bin scheiße am Klären. Ich mach das nicht on Stream. On Stream erklär ich nichts. Ich bin lustig. Ich bin lustig. Nö. Solange mein Anwalt nicht dabei ist, sag ich nichts. Äh, Jan, ich bin doch da. Hm. Pass auf, was du jetzt sagst. Äh, äh, ich bin mein eigener Janwald. Oh mein Gott, nein, aua. Als Janwald. Weißt du, ihr kennt noch nicht, deswegen tut's mir gerade so gut, wie ihr leidet. Ich fand den lustig. Ja gut, eine Ausnahme, das ist immer das Beste. Wenn, wenn einer, ähm, wenn eine Person das immer noch, äh, feiert. Ich fand's lustig. Ich auch. Zwei. Wenn mindestens eine Person leidet, dann bin ich glücklich. Ne, Aki? Ja. Ja. Wie ist das ne, Aki? Ja. Ja, heißt das. Ja, schon. Schon so. Hui. Jo, bist du gerade zwischen den Paketen und euch? Ja. Nein. Ich hab das gesehen. Aua! Ich mein, ich hätte, ich hätte die Blaue wegmachen können, ich hatte ne Hupe, aber ich dachte mir so, nee. Äh, äh. So nett bin ich nicht. Ich will auch einfach nur mal Erster sein. Mann, nein. Das musst du dir verdienen. Im Winter dir verdienen. Hui. Oh. Man kann ja schon auch nicht auffliegen, schön. Kiki! Nein! Alter, hast du mich gerade in die Schlammfinze? Du Keck! Nein, das warst du selbe. Ich hab dich nicht mehr berührt. Bei mir hast du mich gerammt. Ich hab dich nicht mehr berührt. Ich hab dich nicht mehr berührt. Ich hab dich nicht mehr berührt. Bei mir sah das aus, als hättest du mich gerammt. Ich hab dich nicht mehr berührt. Bei mir sah es gerade jetzt aus. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich hab das fast geschafft. Nein, nein, nein! Verdammt! Mist! Ja, fünfter. Wir haben doch dafür entschieden, dass du Krieg mit mir willst. Alles klar. Haben wir den nicht so oder so? Ich zick dir. Jetzt hat er auf jeden Fall gestartet. Davor warst du so in Aufwärmphase. Okay. Ja, das erinnert mich an die eine Situation, die wir ganz am Anfang hatten, dass wir gegeneinander gefahren sind, wo du mich auch vor Ziel abgeschossen hast. Das hatten wir schon immer gehabt. Das hat damit angefangen, als wir uns kennengelernt haben mit Mario Kart. Und seitdem geht das so, dass wir uns gegenseitig einfach nur abschlachten. So, kann ich jetzt mit Y einfach meinen... Konkurrenzen und so. Kann ich mein Fahrzeug eigentlich ändern, oder? Ich wollte gerade eigentlich die Strecke suchen, die ich meine, aber ich finde sie gerade nicht. Ich bin mal so typisch, deutscher Führer, die Finanzbürokratie in der Hölle eint, dann ist der Laden in drei Tagen übernommen. Alter! Aber ich meine, das letzte, was ich geschrieben habe, mit dem... Damit sind die Spiele öffnet und das PvP freigegeben. Möge das Blut fliegen. Ja. Blut für den Blut, Gott. Ich hab Durst. Auch Blut? Ja. Aber meine Strecke wurde genommen. Ey, ich mag die Strecke, die ist total toll. Aber wie kann man eigentlich ein Fahrzeug ändern online? Du kannst, wenn die Strecken aus... ...weltwerden Y drücken, da kannst du Charakter alles mögliche noch aufhänden. Ich nehme den Master Chief. Wer ist denn der Master Chief? Ey, so ein YouTuber, der hat erstmal Halo gemoddet und Halo Card auch gemacht und sowas. Und das ist ja so extrem witzig. Inferno Plus heißt der. So, ja, ich glaub, ich hab das mal gesehen. Ich hab so viele Mods im Mario Card gesehen, das ist so wild teilweise. Achso, nee, 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 das ist kein Mario Card-Mod, das ist ein Halo-Mod. Achso? Das ist ein Halo-Mod. Ah, okay. Der hat auch Cursed Halo gemacht und das ist verdammt witzig, also... Ah, okay. Seht doch einfach, wenn du das auf Steam halt im Workshop unterlädst und was einfach wild ist, weil früher Halo ja einfach so Xbox exclusive war. Und jetzt kannst du das auf dem PC machen. Nee, nee, die Master Chief Collection ist auf dem PC und ich glaube quasi mittlerweile alles. Ah. Ach, wie nice. Tja, da wird sich das mal gegönnt. Let's go. Das Brennen hat jetzt echt nicht viel gebracht, ne? Oh, Cypher kann gleich mitmachen. Yay. Cypher, yay. Cypher kann's gerne mitmachen. Nani hat einen Clip gemacht. Perfekt, Nani. Dankeschön. Ey! Ilias? Das war nicht beabsichtigt, dass sie nicht trifft. Ilias? Was? Das ist keine Entschuldigung. Meine Rache wird kommen, Ilias. Meine Rache wird kommen. Welche Rache? Du warst fast immer hinter mir. Meine Rache wird kommen, Ilias. Meine Rache wird kommen. Ja, okay, viel Spaß. Nächstes Mal, wenn ich eine blaue habe. Klingt wie eine Bahnhofdurchsage. Nächstes Mal, wenn Ilias auf dem ersten ist, ne? Ich werde meine blaue so lange aufheben. Naja, ihr müsst euch vorstellen, Leute. Ich wurde von der grünen getroffen. Und genau dann, als ich wieder konnte, habe ich die rote abgeschossen. Meine Rache wird kommen, Ilias. Meine Rache wird kommen. Naja, werde ich sehen, wie deine Rache kommt. Okay, meine Freunde. Ich mache Tic-Tac-Trauma. Ihr seid ganz kurz alleine. Ich gehe ganz kurz Speedpissen. Bis gleich. Akis Rache ist so wie ein französisches Baguette. Oh, scheiße, Nani, ich kann keine Arana aus mehr mitmachen. Das Problem ist, wenn Aki jetzt stehen bleibt, dann diskontexten wir alle. Ja, das ist richtig. Aki, schneller. Ich mache imaginär mit, Nani. Ich gebe dir ganz viele Geister. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich alle stehen bleiben. Genau dann, dass meine Strecke kommt. Die ich die ganze Zeit vollsehe jetzt. Da ist ne... Bin wieder da! Bin wieder da! Ich bin wieder da! Freilich! Freilich! Für sowas ist automatisches Gas ein Fahrhilfe drin. Hä? Ich bin doch wieder da! Alles gut? Ja, man hat's gehört. Dass ich wieder da bin? Ja. Gut so. Sama! Boah! Ich hab's dir gesagt. Neun! Der Krieg beginnt. Alter! Aber sich bei mir beschweren, Aki. Ich verstehe schon. Was denn? Ja, das mit der roten Grade. Ja, das war meine Rache. Ja, weil du das auch so geplant hast. Genau, ich verstehe. Ja, ja, schon so, ja. Definitiv. Ja. Ja, 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 ja. Ich traue dir vieles zu, Aki, aber das ist nicht. Puh! Oh, Leute, ich trink nach der Runde. Alles Gute. Nein, jetzt... Nein. Jen, nein! Doch! Der hat mein Trinkwasser auch gemacht. Der Trinkwasser und das ist für jeden. Ich weiß. Nice. Das war knapp. Das war so knapp. Ich hab mein Leben, aber bevor wir jetzt ihn sehen, gerade. Das war's auch besser so. Doch! Oh, okay. Oh mein Gott, Gott sei Dank, hatte ich einen Stern. Ich wollte, dass du Kuhn gefregt. Irgendwer hat mich plattgefahren. Was ist das denn? Oh, Mann. Nein, Jen, bleib hier! Jen! Irgendwer hat Jen jetzt verjagt. Nein, Jen, nicht Jen! So meinte ich das nicht. Bleib hier! Okay, das war ein Befehl des Mods. Bleib hier, bleib hier. Jen, ich bin Modbe, ich bleib hier. Ich habe mehr Rechte, ich bin in einer Mod-Gewerkschaft. Nein! Ich wollte diese Probe so schnell wie möglich nehmen und bin da hängen geblieben. Ein Täubling im Bobbycar. Ah, Chris! Hallo. Mann! Chris, ich habe die ganze Zeit mit mir gehadet, ob ich das Wort sagen soll oder nicht. Boah! Wie fühlt man sich so als Täubling-Aki? Ich hasse euch auch noch. Warum aktivierst du es einfach nicht? Ich hasse euch auch noch. T-t-t-t-täubling. T-t-täubling. Ich werde demnächst ein Audio aufnehmen, wo das Wort Täubling gesagt wird. Hass. Dann spiele ich die im Discord ab. Hass. Alter, Hass. Erstmal als Soundboard aktivieren. Ich wollte gerade sagen, wann hören wir eigentlich mal wieder von Susi Täubling, der Dritten. Äh, keine Ahnung. Täubling auf Täublings, du süßes kleines Täublings. Ich kann nicht mehr, ey. Alter. Täubling auf Täubling, ey. Täubli, Täubli von Täublinghausen. Okay, Ilias. Ilias, das geht zu weit, Alter. Lass das. Bist du heute mal in der Flüge? Alter. Oh mein Gott. Ich habe nicht aufgepasst, welche Strecke genutzt wurde. In was für einem Fiebertraum bin ich jetzt gelandet? Oh, Eiscreme-Eskavate. Ach du Scheiße. Ich hast du diese Strecke ab rundtief. Das ist mir ein bisschen zu bunt hier. Und ich fahre runter. Toll, super. Der hat nur zwei Kurven. Oi, Mike. Jan, was habe ich gesehen? Ich war das nicht. Das war mein Zwillingsbruder, Juan. Juan, ah. Ah, okay. Alles klar. Jetzt denke ich schon wieder an dieses Meme mit dem Pferd. Was für ein Pferd. Kennt ihr das nicht? Nein. Das sind ganz komische, werte Gedanken, Alter. Ganz werte Vibes, ja, Digga. Ich liebe diese sinnlosen Memes. Ich such das gleich mal raus. Ah. Ist das auch jugendfrei? Ja, das müsstest du gerne. Ich wollte nur fragen, ob meine Gedanken richtig sind oder ob ich kompiert, bevor ich im falschen Film bin. Oh mein Gott. Das machen wir jetzt schon ein bisschen fertig, ne? Also, das ist gut dann. Oh, Digga, nee. Hast du gerade mit Absicht fertig gesagt? Ja. Oh mein Gott. Das hat aber gedauert, Aki. Nee, ich hab das direkt von Anfang an. Ich hab das von Anfang an gewusst. Trotzdem. Ich muss nochmal nachfragen. Bei Aki lief gerade an ihrer Stirn so ein Ladebalken. Nee, ich muss das von Anfang an. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, Digga. Oh, ich sehe eine blaue. Oh mein Gott, die Grünen hab ich gerade fast getroffen. Die Kuldung? Nein. Ich hab schon wieder viel runtergekickt. Das war meine. Das war meine. Die Grünen waren aber auch nur... Ich merk schon, ich möchte es gerne im Krieg mit beteiligt sein. Ich möchte es schon. Ja, natürlich. Gut. Gerne doch. Ja, Aki, wir haben die Welt brennen sehen. Was erwartest du? Hä, ich sowieso. Machen wir so. Ich glaub, ich werde vierter. Das ist belastend. Nee, das ist sehr belastend. Nein, nein, nein. Nein, das machen wir so nicht. Nein, 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 nein. Erster! Erster! Oh, freut sich, dass ihr einmal herztet worden. Ich bin Erster! Ja! Endlich! Lebensziel erreicht. Lebensziel erreicht, Digga, Lebensziel erreicht. Warst du schon Erster? Aber nicht, wo wir alle dabei waren. Lebensziel erreicht, Digga. Puh. Schön. Kax. Wer hat grad Dix gemacht? Jen. Danke. Kann man jetzt endlich mal Tick-Tack-Trauma bekommen. Na, nee, ernsthaft. Aua. Ich hab das Meme mit Rohren gefunden, ich, äh, wo schick ich das am besten? Ich schick das in Memes rein. Wenn ich gleich abkratze voll lachen, ne? Ähm, bitte nicht on-stream. Du wolltest was trinken oder hast du schon? Oh, ja. Warte. Elias, wie lange dauert's bitte, das zu schicken? Ich warte. Ich schreib noch was dazu. Elias, mach hin, ne? Ich warte, ich möchte heute noch lachen. Hallo? Elias, los. Nee, dann kriegst du es nicht. Dann kriegst du es nicht. Oha. Oha. Ah, wer hat diese erste Ganymede-Crossing-Strecke genutzt? Och, Mann. Das ist ein Video. Ja, hab ich so... Alter. Dann werd ich's nach dem Stream schauen. Hast du eigentlich auch zu, Aki? Ich... Nein, Aki hört mir nie zu. Nee, ja, hab ich tatsächlich nicht zu gehört. I'm sorry. Weißt du, ich bin auch so nett, begleite sie auf der Gamescom, weil sie die ganze Zeit rumgehäutert hat, es geht keiner mit mir mit. Und dann jetzt der Stream auch noch. Mimimi. Und so geht sie mit mir um. Mimimi. Ich hab, glaub ich, grad so Mimimi gehört. Ich mach nie wieder was mit dir, Aki. Ja, ja, du mich auch. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Nächste Woche im Stream. Wuhuhuhuhu. Au, wessen Rote war das? Das waren beide meine übrigens. Ähm. Tut dir nicht leid? Jan. Krieg ist eröffnet. Jan? Krieg ist eröffnet. Das war Karma, Ilias. Was denn? Krieg ist eröffnet. Oder bist du, oder? Du warst beim Pilzen dann auf den Rasen fahren. Oder bist du wieder, bist du wieder von, ja? Du warst grad vor mir. Durch den Pilz. Ich war gar nicht vor dir. Also bei mir war ich nicht vor dir. Doch. Bei mir warst du kurz vor mir, bis du dann in den Rasen gefahren bist. Da hab ich dich wieder überholt. Hm. Interessant. Mario Cuts. Wie wollte ich das überhaupt sehen? Oh, diese Banane. Oh. Ja, mich hat die auch grad fassen. Da hat meine Seele kurz ein bisschen kurz Schiss gesagt. Nee. Ich bin in eine Banane reingefallen. Oh mein Gott, schon wieder. Ich hab noch nie, ich nie so krass nach rechts gelenkt wie gerade. Ach, scheiße. Äh, nicht schon wieder eine rote. Das blieb doch einfach an der Ruhe. Niemand hat gesehen, wie ich grad mit dem Baum gekuschelt hab. Ich hab grad grad, ich seh's grad im Stream. Niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Nein, nein, nein. Das hab ich ganz genau gesehen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das hat niemand gesehen. Mann. Voll mit dem Baum gekuschelt. Äh, ich werd angespritzt. Was? Mit Tinte. Jaja, genau. Oh mein Gott. Kein Kommentar. Ja, Cypher, komm ran. Spiel mit. Wir haben grad die Runde beendet. Spiel mit. Los, let's go. Wo? Wo ist das Meme hin? Nidias? Das Meme ist weg. Wo ist das Meme? Hi Cypher. Hallo Cypher. Wo ist das Meme? Nein. Also Cypher musst du noch dazu joinen. Hä, da sind wir ja tatsächlich sechs Leute. Wow. Hab ich nicht gedacht. So viele Leute mitmachen. Nice, nice. Cypher, falls du redest, hört man dich kaum. Ich hater nicht gerade. Tatsächlich. Ah, okay. Wir verlangen das Meme zurück. Ja, ich muss das noch sehen. Das ist noch abartig sensibel. Cypher, sag mal Bescheid, wenn du der Lobby beigetreten bist, ne? Ich bin schon drin. Achso, du bist schon drin in der Lobby. Okay, never mind. Ich warte die ganze Zeit, Alter. Dann ist, glaube ich, aber einer rausgegangen, oder nicht? Bei mir sind nur sechs Leute. Oh Gott, nein, nein, nein. Nicht Bananen. Dann mach ich ein Beyblade. Ich sag, wie es ist. Das ist schön. Wow. hallöchen koffe hallo hallo ja jen fühle ich frie auch die ganze zeit wer ist gerade neben mir gespawnt irgendjemand fährt hier diese coole pflanze ich glaube es ein bot hey wie nimmst du mich ach so du fährst die coole pflanze ja diese diese ja in der pflanze mit punkten ist cool ich mag die ich bin gerade so ein bisschen habe ich dich gerade mit meiner mit meiner banane getroffen ja deine banane hat mir gerade wie es ist eine harte banane meine tolle banane und da ist sie ne banane ohne was von den folgen zu ahnen und so weiter das ist nicht von den ärzten ach so ja ok kenne ich nicht sorry das lied heißt die banane oder einfach nur banan ich weiß nicht mehr grüne banner es gibt grüne banan ja wenn die noch nicht reif sind und reich alter seifer wie konnte ich dich gerade nicht treffen wer ist denn auf dem ersten ilyas ilyas bist du auf dem ersten gern geschehen mache ich mal wieder gerne nevermind jetzt bin ich hier auf dem fünften jetzt macht sie keinen sinn mehr man das denn jetzt schon wieder passieren ich bin in die falsche richtung gedriftet nein oh shit oh nee hey die pflanze ist echt cool wenn der fahrer noch besser werden würde wenn der fahrer noch besser werden würde zeit für mein udi alter ich brauche auch ein udi irgendwann da fehlt das haar ilyas ist halt auch einfach richtig krass beim fahren ja jetzt sehe ich alle sieben leute ja eben habe ich ähm 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 nicht gesehen und dann dann ähm ähm ähm稳 kal kaleini zens Jan, du bist vor mir. Nee, nee. Nee, warte mal. Bin nicht ich. Da fällt noch jemand die Pflanze. Au! Oh Gott, wie ich diese Strecke hasse. Nein! Fast in meinen eigenen Bananen reingefallen. Wer hat die Bombe gelegt? Ich weiß nicht. Mein Gott. Warst du das, Cypher? Ja. Oh, Keck. Tschüss, Jan. Hey. Nein! Ich seh nur so seinen Namen einfach nach oben fliegen. Mann! Was, was, was? Oh mein Gott, Nani, danke schön für das Geschenkabon, Q. Danke schön. Danke, Nani. Du kannst wieder Ara-Naras machen, Q. Ja! Die Ara-Naras sind euer. Es gibt übrigens mittlerweile einen Bid-Emote, was ihr freischalten könnt, wenn ihr bittet, ne? Just saying. Nur, wenn du Bitte sagst. Hört sich echt so an. Hi! Bye! Leute! Ich war so weit vorne, auf dem fünften Satz. Der Dritter! Ich bin diese Strecke noch nie gefahren und ich hasse sie. Ab und tief. Ja, die Strecke ist scheiße. Ach du Scheiße. Eigentlich lässt mich ja sowas kalt, ne? Eigentlich. Oh mein Gott. Ist Ilyas noch da? Krieg ich jetzt endlich mal Tic-Tac-Trauma? Ich nehm diese Strecke jetzt seit tausenden von Jahren geführt. Ich möchte Tic-Tac-Trauma jetzt haben. Ich nehm diese Strecke schon länger. Mimimi! Komm jetzt, Dicke Mimimi. Määh! Jetzt komm ich vorbei mit meiner Bratpfanne. Der umgepasste Bratpfanne. Aber bitte nur die Bratpfanne, nicht mit den, äh, die vier Würfeln. Doch, 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 genau die. Da hast du sie doch! Yes! Mano. Sorry. Es tut dir nicht leid. Ich nehm dann jetzt noch Blätter, äh, Weidmütz. Ich würd grad Blätterteig sagen. Wuch. Ja, das ist deine Reaktion darauf, dass ich jetzt Tic-Tac-Trauma bekommen hab, aber du noch nicht dein Blätterwald. Nö. Das ist genau diese Reaktion. Oh mein Gott! Von wem haben die Grünen? Die, 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 äh, rote. Jan. Von mir, ähm. Jan, Jan. Oder war das wieder Horn? Hä? Hä? Das war Horn. Scheiße, das ist Horn. Das war Horn, eindeutig. Hm, hm, hm. Du, ich mag deinen Zwillingsbruder nicht. Ja. Warte mal, wer bald alleiniger Erbe ist. Ah ja. Der kennen wir auch nicht Horn. Er ist knochentrocken. Ich bin auf jeden Fall der Dry Bowser. Ich bin der fette Gorilla. Ich weiß, dass du der fette Gorilla bist. Passt doch zu deinem Äußerung. Ey! Oha! Ah! Ah! Viel Spaß damit. Der tötet! Der tötet! Was spricht bei uns? Elias ist einfach auf ein Gaspedal eingeschlagen. Hat mich wirklich noch diese Melinda überholt? Melinda hat mich echt noch überholt? Ich kann nicht mehr, Alter. Wo ist Blätterwald? Bei den neun Strecken, ne? Der komische Steinpilz. Ah, da. Bitteschön, ich nehm Blätterwald mit. Wehe, Blätterwald wird jetzt nicht genutzt. Am Ende ist es die große Dilla. Oder der Strand. Oder das Random und dann ist das Babypark. Boah, wenn das jetzt wirklich wird, ne? Dann heul ich vor Lachen, Alter. Dann lieg ich auf dem Boden vor Lachen. I'm sorry, dann lieg ich nur unter dem Tisch, ey. Und? Solange der Platz nicht schon von jemand anderem eingenommen wird. Okay, es ist Blätterwald. Niemand kann diese Melinda leiden. Denn diese Melinda ist halt auch ein Mod, äh, ein Bot. Genau, ein Bot. Hast du uns grad auf dieselbe Stufe wie eine Melinda gepackt? Aua. Ich, ich hab mich versprochen, okay? I'm so sorry. Ja, ja, ja. Ja, ja, du mich auch. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, ich hab endlich mal ein Turbo geschafft. Geil. Ich mag die Musik. Oh mein Gott, was? Man kann beim Turbo Boost in der Luft gegeneinander stoßen und einfach sterben? Ja. Haben sich reingeführt. Sollten sie wieder ausführen. Aua. Hässige Riesenraub, Alter. Ja. Ich hab mal Jan nennen. Ah, scheiß Banane. Hey. Hi. Oh, und ich Data! Ah! Ich werde direkt runter. Ah, ah! Hey. Wer hat diesen Essigen Arschblitz gemacht? Das ist ein Popoblitz. Ich mag den nicht. Alter, was mach ich eigentlich auf den sechsten Platz? Das frage ich mich halt auch, ne? Alter, König Buhu geh weg! Mein Gott! Scheiß Bots! Der ist immer noch vor mir. Buhu ist das Gesicht, geh weg! Ich bin auf dem sechsten Platz. Ich bin auf dem sechsten. Nein, nein, König Buhu ist nicht ernsthaft vor mir! Danke für den Windschatten! Schnauze! Schnauze! König Buhu ist vor mir! Ich kann das nicht mehr! Ich kann das alles nicht mehr! Ich werde vom Bots überholt! Ich werde vom Bots überholt! Ihr meint, bist du besser als ich! Ja, okay! Trotzdem! Äh, ne, Ilias ist grad gemutet! Bis wann habt ihr alle eigentlich noch Zeit? Ich muss Montagsfrüh in der Uni, also... Spätdienst, also ich hab Zeit! Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir das hier jetzt, der letzte Cup! Und ich werde dafür sorgen, dass demnächst nochmal, ähm, Mario Kart gestreamt wird, ne? Das macht voll Fun! Finde ich voll gut! Das macht super viel Spaß! Haben wir jetzt erst noch zwei verschiedene Regenbogenstrecken schon drin? Ja! Und die Autobahn! Oh Gott, nein, nicht die Autobahn! Nicht die Autobahn! Drei verschiedene! Ilias, dankeschön! Und die dran! Ich wollte dich nicht, ich wollte eine daneben! War die daneben wenigstens eine, war die daneben wenigstens eine Regenbogenstrecke? Nein! Oh! Schade! Uuuh, uuuh, sorry! Steck mich nicht an! Aaaaaaah! Uuuh! 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 Dankeschön, Q! Danke! Hallo! Uuuh! 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 Wuh! Uuh! Uuuh! Ne, mich hat die nicht getroffen! Hä, was? Ich habe eine Banane! Ach so! Ich habe die im richtigen Moment gedroppt, dass deine rote dagegen geklatscht ist anscheinend! gedroppt habe ich dir da und droppt und dank man kann das kann man zu früh oh nein sag mir nicht dass ich runterfalle oh Gott sei dank nicht die blaue ist gerade an mir vorbeigezischt alter oh mein Gott das war ja richtig knapp fucking hell thank you thank you nein ich habe kein item bekommen ich war auf dem dritten und habe trotzdem die Auswirkungen des blauen gespürt alles klar ich bin immer so gut wie du weil ich bin auf dem zwölften aua nein nein ich bin achter boah Jen kannst du mir das Rezept schicken voll Bock auf creamy pasta schick Rezept I need it mach ich mir gleich Spaghetti mit Käsesoße ja ja mach ich ja ich bin letzter ich habe es auch gesagt äh ne Brze mit Käse über Bakten boah hab ich die letzten Tage dauernd gegessen und dank wem bin ich auf diese Idee gekommen dank Jen Jen hat sich einmal im Voice äh so ne Brze gemacht mit Käse über Bakten und seitdem mach ich das dauernd danke Jen ich kann ich dir mal aufschreiben danke danke ach du würdest hier die ähm wie hieß die Strecke nochmal die du ausgewählt hast Kyo Big Blue ne die Strecke mag ich auch die kann ich auch mal auswählen Preise Jen die Archimuth Rezepten versorgt ja man auch nicht schon wieder diese Strecke ah auch wenn die von das auch wenn die von der Wii ist ne ich mag diese Strecke einfach nicht ich find die fürchterlich Hä Luigi hat zum Fürschlag Fürstort nicht Fürschlag beau ist ein Ah, da kam eine Bombe von hinten. Tja. Ich bin rausgeflogen. Also komplett oder wie? Ja, also nicht aus dem Spiel, sondern aus der Map komplett. Ach so, ich dachte gerade rausgeflogen aus dem Spiel. Ich würde schon sagen, dann Rejoin schnell und dann kommt es wieder ins Rennen rein, aber ja, okay. Ey, ich krieg gerade einfach alles ab, ne? Oh, fucking hell. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich hab irgendwie so die Angewohnheit, die Grünen einfach direkt wegzuschmeißen, ne? Weiß nicht warum. Oh mein Gott. Jan, das wird glaube ich die erste Strecke, bei der du vor mir bist. Aha. Ja. Ich hab eben einfach nur ausgeholt, indem ich der letzte war. Warte. Du warst schon mal vor mir? Ne, ne, ne. Äh. Dachte. Oh fuck, nein, 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 nein. Uh. Ich dachte, du hast mich genau jetzt überholt, wie ich vor der Ziellinie die Banane erwischt. Ne, ich bin neunter. Ich bin neunter. Ah. Ich bin fucking neunter. I can't. Ich hätte dich auch fast noch an Punkten überholt. Fast. Heute passiert es ganz schön oft von hinten. Ja. Ja. Na ne. Heute passiert es sehr oft von hinten. So, die Strecke, die du willst, ist Big Blue, oder? Piu. Ja, nehm ich die mit. Ich mag die Strecke. Die Strecke ist nice. Ich muss schon wieder auf Toilette, Mann. Alter. Nein. Nein. Als ob. Als ob wir nicht Big Blue bekommen haben, alter. So, äh... 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 Wenigstens bin ich mal wieder vierter. So, äh... 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 Fünfter Achter Panieren kaufen hier Oh mein Gott Ich glaube das war letzte Strecke Tatsache Sorry Elias, ich konnte nicht Ich musste dafür sagen Dass ich auf meiner Lieblingsstrecke erst da bin Deswegen wurdest du gerade so ein bisschen von Roten Das Wort darf ich jetzt nicht sagen Aber ich glaube man kann sich denken was ich sagen wollte Ja So meine Freunde Ich denke das war jetzt Der letzte Cup für heute Wir können auf jeden Fall häufiger mal Mario Kart streamen Von mir aus auch immer samstags Das wäre super Weil da die meisten Leute am nächsten Tag frei haben Ne Und freitags schaue ich halt Selber manchmal streamen Also von daher Aber hat sehr viel Spaß gemacht Ja Sehr viel Spaß gemacht Leute Ich guck mal ganz kurz wen ich raiden könnte Und ich muss auf Toilette Ah Oh wisst ihr was Ich geh ganz kurz auf Toilette Komm dann gleich wieder Holy hell alter Bombastic side eye Criminal offensive side eye Do you understand Genau Ich bin Ashley Ich bin Wah Schon Ich bin Warum kommt dieser Furz-Sound eigentlich immer, wenn ich gerade auf dem Klo bin? Leute! Sag mal! Was habt ihr alles geschrieben? Wartet, okay, jetzt muss ich... Okay, wartet, der war gut, Jan, der war gut. So eine Vordage kann ich doch nicht liegen lassen. Der war gut. Wegen Nirekyu, wegen Nirete. Das ist, der war gut. Okay, wen rate ich denn mal? Wer streamt denn gerade? Huh? Lol, als ob. Warte, was? Der streamt hier auf Twitch mittlerweile? Ihr kennt doch sicher die wundervollen Videos von Jodarum. Von, äh, von Sons of the Forest zum Beispiel. Der streamt mittlerweile auf Twitch. Wusste ich gar nicht. Aber der streamt gerade nichts, was ich, äh, auch gucken würde, deswegen, nö. Weil irgendwie streamt, niemand anderes nicht reden könnte. Na toll. Ja, da sind wir ein paar zu viele Zuschauer. Weiß ich, Ilias, hast du irgendjemanden, den ich reden könnte? Ähm, ich hätte jemanden, der TFT gerade spielt. Das magst du ja so sehr. Ist auch ein Freund von mir tatsächlich. Der hat auch weniger Zuschauer als du, also wenn du möchtest. Entweder das, oder ich hätte jetzt tatsächlich Whis geradet, weil der jetzt gerade angekommen ist. Entscheide du das. Ich schick mir, äh, den Namen mal. Ja, Moment. Ja, Moment, aber ich rauf's trotzdem nicht. Äh. Arwen ist da auch Mott, tatsächlich. Ja, Lul. Ja. Dankeschön, Jen, und guten Hunger. Wir müssen auch wieder, äh, Dingens, äh, streamen, ne? Wir, 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 äh, melde dich, oder ich melde mich bei dir. Wir müssen wieder streamen zusammen. Das war immer lustig. Ja, gut, äh, für alle, die TFT mögen, ne? Ich rate da jetzt eins, keine Ahnung. Ein Turnier sogar. Ein Turnier? Ja, das ist ein Turnier sogar. Das ist streamt. Lul. Ich werd dann, ich werd dann mal reinraiden dort, ne? Machen wir ganz bald mal wieder. Perfekt. Perfekt. So, dann rate ich da mal rein. Und ihr könnt da gerne, äh, ein bisschen lieber da lassen. Joa. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Stream, irgendwann nächste Woche. Und sag dem lieben Pi, dass ihr von mir kommt. Mach ich, mach ich. Da freut er sich. Okay, dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ne? Und danke an alle im Discord, die dabei waren. Gerne. Rechnung kommt. Alles klar. Okay, Leute. Ich verlange meine Kekse. Die Kekse bekommst du. Bis denn, tüdelü. Tschüss. 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 Vielen Dank.